Und bin sofort für euch da, meine Freunde. Abend, willkommen natürlich zum neuen Stream. Leo, Abend, meine Freundin der Sonne. Wie geht's, wie steht's da, Leo? Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's, wie steht's, meiner Freundin der Sonne? Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wait a minute, lasst mich kurz was quillen. Rimuru, Abend, willkommen auch im Dear-M-Stream. Wie geht's, wie steht's, der Rimuru, meine Freundin der Sonne? Freut mich natürlich sehr, dass Rimuru eingeschaltet hat. Wie geht's, wie steht's, euch? Ich freut mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen, willkommen. Bin Erste. Da hast du diesmal recht, meine Freunde, in der Sonne. Ah, wie geht's, wie steht's, euch beiden? Miguel, Abend, Fruchtzwergo, Abend, wie geht's, euch beiden? Nora, Abend, willkommen auch dir im Stream. Ah, gecrackt hab ich nicht gemacht, das neue Server sogar. Scoop, Abend, Karls, Abend, Lars, Abend, willkommen euch beiden auch im Stream. Wie geht's, wie steht's, euch? Ich freut mich sehr, dass ihr auch eingeschaltet habt. Mir geht's super, und euch, Fruchtzwergo? Hi, wie geht's dir im Stream? Mir geht's super, Leon, mein beste Freund. Wie geht's dir? Und der liebe andere Leon, Abend, willkommen auch dir im Stream. Wie geht's, wie steht's dir? Wir können es gerne gleich umändern, sonst bestimmt noch. Hab ich vergessen, ich hab echt kurz den Server davor kurz gestartet. Aber nebenbei war ich noch kurz auf den anderen on. Oh, hier ist es eigentlich voll schön diesmal. Ah, wie geht's euch, meine Freunde? So, ich freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Scoop, Abend, natürlich auch dir, mein beste Freund, Sonne. Und Karl auch. Und mein beste Freund, Sonne, Lars. Mir geht's gut, bin voll krank. Uh, oh, dann nutze ich dir gute Besserung, Miguel. Wo ist denn der Kopf? Muss ich gleich machen, hast du recht. Ich hab gar nicht dran gedacht, Emil. Wirklich, ich denke nie dran. Aber Emil, wie geht's dir? Ah, zum Leid natürlich zuhören, Miguel. Alles, äh, dir gute Besserung natürlich dann. Mir geht's auch ganz gut. Natürlich, danke, Herr Nachfrage, Leon. Folgt mir natürlich sehr, was du da hast. Lars, kannst gern mitmachen. Ist ja, hier ist die IP für dich, wenn ihr mitmachen wollt. Das lief von dir, danke. Gerne, auch Miguel. Aushört sich echt mies an. Tu mir echt leid zuhören. Ich hab ein Profil, gefällt dir das? Ich find's cool. Was ist das denn, wenn ich mal fragen darf? Ich kann's ja grad nicht so ganz gut erkennen. Warte, lass mich gucken. Ah, sieht cool aus, Karl, mein Freund der Sonne. Aber wie geil, das hört sich auch echt mies an. Wenn ihr mitmachen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ah, natürlich, Miguel, dir gute Besserung. Warst wahrscheinlich dann heute zu Hause. Boah, ich wünsche dir alles Gute dann natürlich. Boah, übergeben. Aber sei ehrlich, ist es nicht immer so, nach dem Übergeben, man fühlt sich nach besser, oder ist es wirklich ganz, ganz mies? Wir haben einen Kappen, was geht bei dir? Danke für die Info-Emi, mein bester Freund der Sonne. Wie läuft's bei dir? Bei mir ist grad alles super. Das kann ich hier bauen. Können wir gerne machen. Geh auf jetzt. Echt, Leon, warum denn schon, mein Freund der Sonne? Ah, lass, würde mich freuen, wenn du mir was. Wenn du Bock hast, hier mitzubauen, wäre sehr cool. Ah, schau, dass Leon aufgeht. War cool, dass du da warst, Leon. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Morgen kommt wieder Fortnite, wenn du Bock hast. Würde mich freuen, wenn du morgen natürlich wieder dabei bist, Leon, mein Freund der Sonne. Der Stinkfinger... Ja, du kleiner Verbrecher, du. Linus, Abend, willkommen auch dir im Stream, Linus. Wie geht's, wie schließt ihr, mein Freund der Sonne, Linus? Linus, freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Willkommen um 20 Uhr. Oh. Nein, ich hoffe, sie sieht sich natürlich mal wieder, Karl. Äh, Leon. Was machst du, wenn ich mal fragen darf? Natürlich nur, wenn du erzählen möchtest. Das ist eine Biene. Ich hab Angst, dass ich jetzt nur eine Biene haue, dann tötet die mich. Ne, vergessen. Karl, mein Freund der Sonne. Mir geht's ganz gut. Und dir, Linus, mein Freund der Sonne, freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Sehr lieb von dir. Wenn du natürlich mitmachen möchtest, würde mich sehr freuen. Ich kann nur rein, muss aber gehen. Ja, ich kann nur kurz rein, muss aber dann gehen. Gern, also los für den Podcast, bist du immer willkommen, mein Freund der Sonne. Zocken. Uh, was sagst du denn gerade, wenn ich mal fragen darf, wenn du Lust hast, zu sagen. Zockst du ein bisschen Fortnite? Ich hab mir heute noch gar nicht einen Itemshop angeguckt, weil Fortnite habt ihr jetzt bei mir gerade erst fertig geworden, muss ich zugeben. Ich weiß auch gar nicht, was da neu ist. Habe ich noch gar nicht geguckt. Wer denn eines von mir erzählen möchte, kann's gern machen. Würde mich sehr interessieren, was da so alles neu in Fortnite ist. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Würde mich freuen, aber. Fortnite, uh, stark. Ich hab gehört, du machst morgen wieder mit, mein Freund der Sonne. Morgen Kastengames, 18 Uhr. Man, ich war ja das erste Like. Ist doch nicht schlimm, Karl. Sehr lieb von dir. Ah, danke natürlich für ein Like, mein Freund der Sonne. Danke für deine Bewertung. Sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mitmachen möchtet. Könnt ihr gerne machen. Ah, zweiter ist besser als keiner. Ah, viel Spaß, Leon. Ich drück dir natürlich die Daumen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Wir können auch gerne ein bisschen reden, so wie es bei euch heute lief. Mein Tag war eigentlich heute, um ehrlich zu sein, super. War im Bedrock. Ähm, nächster Stream kommt Bedrock Kilian, mein Freund der Sonne. Habe ich aber versprochen, dass wir im nächsten Stream einmal einen Server auf Bedrock machen. Können wir mal ausprobieren einmal. Wäre bestimmt auch cool. Warum denn nicht? Aber Kilian, abend, willkommen auch dir im Stream, Kilian. Wie geht's dir, Schlesien, mein Freund? So, Kilian, freut mich natürlich sehr auf, dass du eingeschaltet hast. Bedrock kommt versprochen. Nächster Stream dann mal. Wenn wir nochmal einen Mike einmal machen, gerne einmal Bedrock auch. Kannst du ja auch ein Server machen. Können wir gerne schauen, Kilian, wer den Server macht. Warum nicht? Können wir mal privat reden, ein bisschen so. Mal ein bisschen luschen. Aber freut mich, dass es dir gut geht, natürlich. Würde mich natürlich freuen, wenn du jetzt ein bisschen Bedrock einfach mitzockst. Assassine, abend, willkommen auf dir im Stream, meine Freund. So, Assassine, wie geht's dir, Schlesien, vor allem, dass du eingeschaltet hast. Komm, wir gleich. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn du gleich kommst. Oh, der liebe Linus ist auch beigetreten. Abwauen wir hier ein bisschen gerade weiter. Ich hoffe. Ich hatte Spaß. Ich hoffe natürlich, du auch mal, Freund der Sonne, Assassine. Mir geht's ganz gut. Danke, Herr Nachfrage. Ich hoffe dir auch, Assassine, mein Freund der Sonne. Ich muss dir was sagen. Du bist schon immer... Echt? Das freu mich doch zu deinem Karl. Ich hab dich auch super gern. Ich freu mich natürlich, wenn du hier Spaß hast, ein bisschen zu tocken oder mitzocken. Das freut mich doch immer sehr zu hören. Aua. Ich muss noch ein bisschen essen, also ein paar Schafe töten später. Alles gut bei mir. Das freut mich doch zu hören. Ich muss doch gleich ein paar Schafe töten wegen ein bisschen Fleisch und so. Muss ich zugeben. Ist ein bisschen kritisch. Ah, es wird doch schon ein Spiel. Wir werden doch bestimmt schon Spaß haben. Hier hoffe ich mal. Oh, morgen kommt der Game. Wir haben Fortnite. Da können wir gerne wieder ein bisschen Abwechslung von Fortnite machen. Ich rede gar nicht, ich wurde gestern. Echt? Warum das denn? Will ich fragen. Äh. Was denn passiert bei dir, Karl? Mein Freund der Sonne. Warum das denn? Points. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Points hat mein Freund der Sonne? Lass mal lieber... Lass mal Luz schauen, wie viele Points du hast. Da bin ich echt gespannt. Maxi, ab und willkommen. Stream, Maxi. Wie geht's für Schlitz? Wie kommt es aus der Englischleiter? Ein geiles Profil, Maxi. Seit wann hast du ein One-Piece-Profil mit Maxi, mein Freund der Sonne? Wie ist das Server-Name? Äh, IP kann ich gerne nochmal reinschicken, mein Freund der Sonne. Kein Problem. Das ist die IP. Kann ich doch anpinnen. Nachricht anpinnen. Jetzt war es auf den Nach... Uh. Boah, stimmt, hast du ja gesagt. Boah, das ist auch mies. Boah, ich muss Essen holen. Das ist auch natürlich mies. Das tut mir echt leid zu hören. Ich hoffe natürlich, das ging alles da gut aus. Also, das kann auch echt manchmal sehr mies sein. Server-IP steht, da hätte ich mich überhaupt gerne angepinnt. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, wenn ihr bug habt. Aber wie geht's, Maxi und Freunde? So, immer schon. Uh, wusste ich gar nicht, Maxi. Naja, nein. Ich bin tot. Einfach genommen hat er mich, Skelett. Ah, ich hab Full-Life jetzt. Das ist richtig schön los. Boah, ich hoffe natürlich, dir geht's jetzt wieder besser. Kann ich's gerne mal sagen. Er, Maxi, geiles Profilbild. One Piece, immer Liebe gewesen. Ich wusste aber nicht, dass du auch eins hast. Muss ich zugeben. Das sind drei Küper. Das ist ein bisschen schlecht. Halten wir ein bisschen Abstand. Der liebe Linus ist auch schon dabei. Wo bin ich? Ah, hier ist mein Crafting Grand. Ah, ich weiß nicht, wie er besser geht. Das freut mich doch zu hören. Aldina ist tot. One Piece, auf jeden Fall, Maxi. Bist du gerade aktuell, Maxi? Oder schaust du gerade noch One Piece nebenbei eigentlich mal, wenn ich mal so fragen darf? Oder nicht so? Hau mal raus, mein bester Freund. Und Lieblingscharakter. Wäre auch sehr gespannt. Äh, hat der Server einen Namen? Boah, bis jetzt noch nicht. Das ist einfach nur Just-for-Fun-Servername. Wir wollten mal später einen richtigen Server machen. Der ist aber leider noch ein bisschen im Bau, sozusagen. Deswegen, der Server hier ist einfach nur ein bisschen Just-for-Fun. Zu gucken, wie viele Leute da mitspielen wollen und so. Gab's ein paar mehr, aber sonst ja. Ja, ich schaue da noch nebenbei, ja. Echt? Darst du in dem Fall eine Zorro? Zorro ist auch richtig geiler Charakter. Du dürftest dich fragen, warum denn Zorro bei dir? Wenn du natürlich nur sagen möchtest. Gibt's da einen Grund? Bei mir ist es zum Beispiel Ruffy, muss ich zugeben. Bei mir musst du echt zugeben, es ist Ruffy. Aber gibt's da einen Grund, warum es Zorro ist? Oder einfach nur, weil du Zorro jetzt so von Mark sitzt, von ihm aus sitzt. War ja jetzt schwer zu sagen, natürlich auch. Aber mir muss ich zugeben, es ist echt Ruffy. Ich weiß nicht, vom Ruffy mag ich halt einfach seine Persönlichkeit am meisten. Die catchet mich am meisten, muss ich zugeben. Einfach schon keine Blöcke mehr. Stark. Braucht man Best-Duck-Java oder... Äh, für diesen Server leider noch Java, aber wir würden mal demnächst auch mal für Bedrock machen. Jamie, ab, mein bester Freund, war krank. Uh. Was hast du denn Jamie, wenn ich fragen darf? Natürlich gute Besserung. Wie geht's, wie steht's dir? Guck mal, Profilbild. Kilian, geiles One Piece Profilbild. Auch du, mein Freund, wie geht's, wie steht's dir? Guckst du denn, oh mein Niko, was geht nicht viel bei dir? Wie geht's, wie steht's dir, mein Freund, so? Von mir natürlich auch, dass du eingestellt hast und dein lieber Jamie. Da gibt's keinen Grund. Ach so. Oh. Aber One Piece ist einfach Liebe. Wie geht's, wie steht's, mein Freund, so? Jamie und den lieben Kilian. Und den lieben Maxi. Niko, äh, hatte Bauchweh. Uh, ach, ja, bei mir, ich hatte auch einmal, aber das war eigentlich, weil ich, bei mir hatte ich mal, weil ich einfach schlecht gegessen habe, muss ich zugeben. Das ist natürlich immer kacke, so. Wir haben uns Bauchschmerzen versorgt. Irgendwas hat was Sinn. Ja, ist immer kacke. Pablo, ab und willkommen auf dir im Stream. Wie geht's, wie steht's dir? Und guckst du, wie geht's dir, mein Freund, so? Ich frage mich natürlich auch, dass du eingestellt hast. Äh, SkinCons am Donnerstag, mein Freund, so, Jamie. Morgen kommt noch einmal Kasten Games und Donnerstag gern SkinConsist. Was geht's, Gimiko? Nicht viel bei dir, mein Freund, so. Wie geht's, wie steht's dir? Und frage mich natürlich auch, dass der liebe Pablo eingestellt hat. Wie geht's Pablo, mein Freund, so? Ich frage mich ja auch, dass du da bist. Ich glaub, ich würd gleich ein bisschen Stein brauchen, wenn's okay ist, wenn einer von euch hat. Sehr gut, und dir? Mir geht's auch ganz super. Wenn's euch gut geht, geht's mir immer auch super, muss ich zugeben, meine Freundin der Sonne. Wer natürlich mit Back habt und Lust habt mitzuzacken, würd mich sehr freuen. Natürlich nur, wenn ihr wollt und geht. Morgen kommt ja wieder Fortnite, keine Sorge. Ich weiß, ihr mögt Fortnite natürlich bestimmt mehr. Wird morgen wieder kommen, da brauch ich dir keine Sorgen zu machen. Na, Karl. Au, hi. Alles über, kriegst ein Ei und vier Stöcke. Alles sehr lieb von dir. Danke. Mir geht's ganz gut, danke in der Nachfrage. Echt, und wie läuft's bei euch, mein Freund der Sonne? Hau mal raus. Was ist eigentlich beim Updick gekommen? Offenbar sind grad nicht viele. Wir sind grad zu flirten, so ein bisschen Just for Fun unter uns, ein bisschen so. Könnt gern jeder mitmachen. Können wir gern machen, cool, Jan. Warum nicht, mein Freund der Sonne? Bin drin, stark, Lars. Das freut mich doch zu hören. Kannst du nochmal kurz reinschreiben? Hab oben gemacht, der ist auch oben angepünnt. Sonst kann ich dir gerne nochmal reinschreiben, Maxi. Kein Problem. Aber an sich hab ich ihn eigentlich oben als Nachricht angepünnt. Sonst schreib ich ihn gern rein. Also wenn's nicht geht, wenn ihr ihn nicht seht, schreib ich ihn nochmal rein. Aber würd mich freuen, wenn ihr mitmacht. Das ist halt bis jetzt die neueste Version. Und später kommt ja mal ein richtiger Server raus, wo wir mit Skywurst untereinander spielen können. Da sind wir doch nebenbei am Arbeiten. Würd mich freuen, wenn ihr natürlich Bock habt mitzumachen. Der wird, glaub ich, richtig cool sein. Der ist hier nur so ein bisschen Just for Fun, dass man so ein bisschen Spaß hat. So nebenbei beim Zocken. Also wie gesagt, wenn ihr ihn nochmal braucht, kann ich ihn gerne nochmal reinschreiben. Sonst ist das kein Problem. Aua. Jo, einfach einheben. Ja, sehr gut. Ich hab Annel geschafft. Echt? Jetzt schon? Stark. Ich bin immer noch Gold. Muss ich zugeben. Ich komm gleich wieder. Dann bist du gleich los. Würde mich natürlich freuen, wenn du vielleicht noch Lust hast mitzumachen. K3G-Abend, willkommen mit dir im Stream. Wie geht's für schlitzel K3G, mein Freund der Sonne? Wie geht's für schlitzel K3G, mein Freund der Sonne? Ich glaub, du wunderst dich, warum heute kein Fortnite kommt. Fortnite macht mir gern morgen wieder. Also morgen kommen wieder Custom Games. Keine Sorge, mein Freund der Sonne. Da wird wieder kommen. Ah, wie geht's für schlitzel K3, mein Freund der Sonne? Jo, stark. Ja. Ah, lieb von dir. Mir geht's auch ganz gut. Danke, Nachfrage. Ja, müssen wir mal schauen, wie's da am Ende läuft. Muss ich hier ein bisschen bauen. Bis jetzt baue ich so ein bisschen mein Haus. Ali, Abend, willkommen mit dir im Stream. Ali, wie geht's für schlitzel K3G, mein Freund der Sonne? Ich glaub, dass du eingestellt hast. Haut mal gern raus, Leute. Wie war denn euer Tag so, wenn ihr natürlich sagen wollt. Würde mich sehr interessieren. Wenn ihr natürlich Motivation habt, mitzuteilen. Hatte ich nicht irgendwo einen Crafting-Tail, oder bin ich jetzt gerade doof? Wurde der mir geklaut? Ich glaub, der wurde mir geklaut. Aber ich hab ihn verloren. Oleg, Abend, willkommen mit dir im Stream. Oleg, wie geht's für schlitzel K3G, mein Freund der Sonne? Ich glaub, ich lass mich kurz töten. Dann hab ich wieder full life. Ich glaub, ich wär schlauer. Wie geht's für schlitzel K3G, Ali und Oleg. Vor allem, dass ihr beide da seid. Äh, ja, wir sind gerade auf Java, mein Freund der Sonne, Oleg. Gerade sogar ja. Nächstes Mal würden wir sogar auch einmal dann, wenn ihr wollt, mal auf Bedrock spielen. Ali, das kannst du ja gerne einfach ein bisschen auf dein Haus bauen, wenn du möchtest. Ich kann dir gerne auch ein bisschen Holz geben. Aber bis jetzt ist Mike. Wie gesagt, nächstes Stream wird gerne mal Mike, äh, Fortnite wieder sein. Und demnächst machen wir dann gerne mal wieder... Ah, das kannst du ja gerne haben. Linus, keine Sorge, mein Freund der Sonne. Äh, ja, aber hab ich echt nicht. Ja, nächster Stream, also nächster Microstream wird gerne mal auch Bedrock sein. Kein Problem, können wir gerne mal machen. Gut. Bei uns, Schuhe, bei PC. Uh, echt? Warum das denn, wenn ich mal fragen darf, Pablo, wenn du erzählen möchtest. Hört sich ein bisschen mir schlimmer an. Hört sich nur, wenn du sagen möchtest. Blaze, Abend, willkommen im Stream, Blaze. Wie geht's, wie schießt ihr am Frontus? Obwohl du erst so eingeschaltet hast. Wie geht's, wie schießt ihr am Frontus und der Blaze? Der Linus ist am Schlafen. Aber haut gerne mal raus. Was habt ihr... Oh, das... Lass mal im Crafting-Bail. Ich hab die gefunden. Ich hab die. Kannst dir gerne deine haben, wenn du möchtest. Ah, sehr lieb von dir. Oh, mein Schein ist kaputt. Worauf hab ich denn mein Haus gebaut? Oder angefangen zu bauen? Boah, ah, jetzt hab ich's verstanden. Oh, es hört sich mies an. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert da. Guck mal, Discord. Silber, bla, dicht. Guck ich gleich gerne sofort rein. Mach ich sofort Blaze. Was denn, wenn ich mal fragen darf? Wurde es da schon geklärt? Ob es das noch nicht... Wenn ich mal so fragen darf. Ich mach Laptop an. Stark, bla. Also, Oleg, meine Frau Sonne. Wie geht's dir stets dir? Um es ja auch, dass du eingeschaltet hast. Willkommen auf dir im Stream, Oleg, meine Frau Sonne. Wie war denn dein Tag? So. Vielleicht kannst du auch gerne schreiben, wie's dir geht. Nee, ich zeig. Boah, ist aber schlimm. Also... Ah! Die haben's euch erklärt. Ich dachte, da wäre schon so ein Fall passiert. Boah, du hast mir Filme im Kopf gemacht. Auf, ob es mir natürlich erst im K3G gut geht. So. Wie gesagt, ich werde demnächst einen Stream da gerne nochmal einen Bedrock-Server machen, wenn ihr wollt. Nächstes Mal mit MicroStream machen wir gerne nochmal einen Bedrock-Server. Können wir gerne mal drauf einmal spielen. Mein Tag war nicht so gut, ich bin krank. Boah, natürlich gute Besserung. Was hast du denn? Bei mir war super. Hast du Schneewelle? Guck mal, mein Haus. Das ist mein Haus. Hier wohne ich. Aber mir war gut. Natürlich ist es sehr kacke, wenn man krank ist. Da ist natürlich gute Besserung. Was hast du euch gefragt? Das ist natürlich viel, wenn du natürlich nur erzählen möchtest. Bisschen nicht symmetrisch, muss ich zugeben. Auf seine Erkältung ist besonders. Ja, aber Erkältung nervt wahrscheinlich ein bisschen. Boah, einfach wenn die ganze Zeit die Nase läuft, ist es schon kacke, muss ich glaube. Muss man schon zugeben. Also mich würde das nerven, muss ich sagen. Wenn die ganze Zeit meine Nase am Laufen wäre. Aber natürlich, ja, muss man leider durch wahrscheinlich dann. Aber ich bin auch leider, war ein bisschen geil, ich bin wieder gesund geworden. Kurto, abend muss ich den Stream gucken. Kein Problem, Kurto, muss nicht gucken. Aber abend, Kurto, willkommen in meinem Stream. Morgen kommt geil wieder vor. Man muss natürlich nicht gucken, wenn du kein Minecraft magst. Kann ich natürlich verstehen. Würde mich einfach freuen, wenn wir vielleicht morgen wieder vor uns zocken, wenn du vielleicht da Bock hast, mitzumachen. Aber wie geht's hier mal vor uns? So, ich wollte mich natürlich trotzdem sehr, dass du kurz eingeschaltet hast. Morgen kommt der Game wieder Custom Games. Also keine Sorge, muss halt nicht schauen. Auf gar keinen Fall. Ich schwing keine Person dazu. Wenn man es nicht so mag, dann, wie gesagt, kannst du gerne was anderes machen. Äh, nächster Minecraft-Team wird Delta libt. Natürlich. Dann kommt auch nächster Minecraft-Team wird mal wieder Baddruck sein. Ich bin der Vertreter. Ich weiß Kurto, mein Freund, Freunde. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich kann es verstehen. Nicht jeder mag Minecraft. Muss nicht gucken. Aber trotzdem sehr lieb, dass du kurz da warst. Äh, 1.20.4. Aber Baddruck müssen wir das nächste Mal einfach schauen, welches es ist. Machst du irgendwann ein Face-Video? Können wir gerne mal schauen, Leo, mein bester Freund zur Sonne. Warum nicht? Ich hatte, glaube ich, letztens einen. Ich glaube, die liebe... Die liebe Leo hat mich da letztes Mal gezeigt, wie ich ihm aussehe. Wie kann man auf den Server kommen? Er war noch nicht auf PC am Spielen. Echt? Hast du auch... Es ist auch Java, wenn ich fragen darf, Pablo. Man kann ja auf Server so Multiplayer drücken. Und dann gibt es eigentlich unten ein Texture-Pack. Ha, ich bin jetzt gar kein. Kann ich gerne mal eins holen, bestimmt bald. Benutze ich gar keins gerade. Da gibt es einmal so mehr Spiele. Und dann kannst du das Server hinzufügen. Und dann musst du, was oben angepinnt ist, da drauf machen. Aber natürlich nur, wenn du möchtest, Kurto. Ich weiß es nicht. Ich fühle es sich natürlich sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, wenn du wirklich Minecraft nicht magst, ich möchte dich nicht zwingen dazu. Ich kann es verstehen. Minecraft hat nicht jedermanns Sache. Wieso alte Grafiken? Na, das ist ein bisschen cool. Ich kann gerne mal später ein Texture-Pack reinhauen. Java? Dann muss man halt Microsoft-Server hinzufügen. Lucy, Abend, willkommen, Stream Lucy. Sehr lieb von Java, Kurto. Danke natürlich. Aber morgen kommt ja gerne wieder Fortnite. Keine Sorge da. Wie geht es? Wie geht es? Wie steht es der Lucy, mein Freund der Sonne? Wenn du es erst eingeschaltet hast. Willkommen, Stream Lucy, mein Freund der Sonne. Ah, okay. Weil dann müsstest du eigentlich theoretisch, was du oben siehst. Ich bleibe. Sehr lieb von dir, Kurto. Danke noch natürlich, mein Freund der Sonne. Bisschen Watchtime-Farben, oder? Ich kann da kein Michael spielen. Geht irgendwie nicht, sorry. Echt? Das ist natürlich schade, Leon. Was steht denn da, wenn ich fragen darf? Oder nicht so... Ah, ist natürlich doof. Abend, ah. Schade. Hätte mich gefreut, wenn ihr eben mitmachen könnt, natürlich. Aber wenn es nicht geht und man keine Lust hat, ist es natürlich nicht schlimm. Kann man natürlich nichts für. Ich habe doch nur Lust, wenn ihr da Lust... Also, wenn ihr Lust habt, gerne seid ihr willkommen. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Mir geht es gut mit dir. Mir geht es auch ganz gut. Danke, ja, Nahtfrage, Lucy. Okay, morgen Pratt zocken. Boah, könnte ich gerne zocken, Kurto. Wenn wir schon bald Zeit haben, warum nicht? Boah, Schuckhoff. Ui. Bip, 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 bip. Wir können ja gerne hier weiter bauen. Elios, wenn du möchtest, kannst du gerne auch ein bisschen bauen, wie du möchtest, das Haus. Du hast die freie Wahl. Gibt es keinen hässlich. Jeder baut, wie er es wissen möchte. Ich kann gestern nur noch nicht lachen. Ey, gestern, aber Case ist auch mega mies. Also, Case, ich habe davon immer noch gelacht. Ich habe mir heute noch mal welche angeschaut. Boah, jetzt kommt das. Ich habe noch mal dran gedacht. Aber freut mich sehr, dass dir gut geht, Lucy. Mir geht es auch super. Danke natürlich der Nachfrage. Ich komme mir nicht mehr rein, aber wenn ich neue Playstation bekomme, dann... Ah, es geht leider über Playstation geht es leider gar nicht. Ich muss nicht zustimmen, leider gerade. Ah, wir machen nächstes Mal gerne ein Baddruck, dann dürfte es eigentlich klappen. Ah, bei mir ist es auch so. Aber können wir gerne schauen, Kurt. Ich freue mich, wenn es morgen klappt. Ich glaube, es sieht nicht so super aus. Der, was ist das denn? Eilige Kacke, ich glaube, es sieht echt kacke aus. Naja, schreibt der Snap gerne. Wäre cool, wenn ihr das machen könntet. Wie sollen wir das machen? Hau mal raus, Liebens, mein Freund zur Sonne. Oh, Knoxy ist auch beigetreten, mein Freund zur Sonne. Also, der Nächste hier kann gerne mitbomben, wenn ich möchte. Ich glaube, er hat mich stehen. Ah, aber wenn es geht, würde ich mich freuen. Natürlich nur, wenn du Lust hast, mein Freund zur Sonne. Wenn es natürlich auch geht. Ah, stark. Das sieht auch okay aus. Deswegen tut Spaß. Ey, woher soll ich das wissen, blab, mein Freund zur Sonne? Woher soll ich wissen, dass du Knoxy heißt? Du Verbrecher, du Langefinger. Langefinger, John. Ja, hast du Discord? Natürlich, Blaze. Kannst du gerne mal Discord ausgeschlecht in DC oder ich kann gerne auch mal Discord-Namen reinschreiben. Hi. Kannst du mal? Können wir gerne mal schauen, Kuto? Muss ich mal schauen. Ich weiß noch nicht, mit Bildern zeigen, wie ich das halt so mache. Aber wenn ich mich mal zeige, kann ich gerne mal machen. Warum nicht? Hast du Discord schick gemacht? Ey, was machst du denn bei Discord, Blades, mein Freund zur Sonne? Was habe ich da gemacht? Auf Snap schreibe ich gerne sofort meinen Namen rein, Kilian, mein Freund zur Sonne. Kann er doch nicht machen. Kein Problem, der würde mich aber sehr freuen, wenn du mal Lust hast. Morgen kommt ja wieder Fortnite. Wie gesagt, wenn ihr Lust auf Fortnite habt, morgen kommt es ja gerne. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic. Morgen kommt es wieder. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Morgen kommt wieder Fortnite. Auf Snap schreibe ich sofort meinen Namen rein. In der Diskussion. Arsch, schreibe ich gerne gleich sofort rein. Kein Problem. Oh, mal was anderes. Natürlich, Bilibaccia. Abend willkommen zu dir im Film. Wie geht's für Schlitzel, wenn du vor uns selbst eingeschaltet hast? Die Abwechslung muss sein. Aber wie geht's für Schlitzel, wenn du vor uns selbst eingeschaltet hast? Muss natürlich. Muss. Es geht immer kaputt, wenn man immer nur das Gleiche macht. Danke. Wir machen heute ein bisschen Minecraft, aber morgen wieder Fortnite. Morgen kommt wieder das Alte. Und danach dennächst mal vielleicht wieder was anderes. Wir wollten mal dennächst mal so ein Horrorgame machen. Wenn die liebe Lina mal wieder Zeit hat, können wir gerne auch wieder was anderes machen. Aber erst mal danach wieder ein bisschen Fortnite planen. Ich glaube, darauf habt ihr auch Lust. Ich weiß noch nicht so ganz. Natürlich, ab und zu die Abwechslung ist auch stark, muss man sagen. Macht ab und zu auch Spaß. Hab da mal gefragt. Aber ich muss mal über WhatsApp, die lieben Owner, anschreiben. Ich hab gefragt, warum. Und geguckt. Und ich überlege mir noch, wie ich das anschreiben soll. Wie ich am besten schreiben soll. Ich muss das heute machen, aber. So, sonst vergesse ich das. Es kann sein. Ja, es wird eigentlich. Es dürfte eigentlich klappen. Linas Handy spinnt. Deswegen kommt sie heute. Hab ich gehört von der lieben Lina. Achso, das ist nicht schlimm. Ich war trotzdem nicht schlimm. Das lief von der Leon. Danke. Also, was musst du mitmachen? Ey, kann ich dir gerne kurz erklären? Snap habe ich, glaube ich. Schreit kurz mein Snap-Name rein. Auch hier. Warte. Mein Snap-Name ist Duster, wenn ihr mich auf Snap haben wollt. Aber ich werde es heute machen, auf jeden Fall. Ich werde da den Owner anrufen, weil ich wollte ihn eh wegen was fragen. Und dann werde ich auch kurz mal fragen wegen dem Bann. Hast du schon mit dem Mod gesprochen wegen dem Rad? Ah, habe ich einmal gesprochen. Die haben leider gesagt, zurzeit erst mal kein Mod auf YouTube. Aber ich weiß nicht, du wolltest sie auf YouTube. Oder habe ich das oft dann verwechselt? Weil ich habe letztens mal mit einen gefragt. Und der hat gesagt, das sind eigentlich erst mal genug Mods. Auf YouTube leider. Also geht hier bitte auf Mehrspieler. Server hinzufügen. Und trage bitte das hier ein. Das ist der Server-Dingster-Boomster. Server-IP. Wenn ihr den eingetragen habt, drückt ihr auf Fertig. Und dann kommt der Server-Plop hier so auf. Und dann könnt ihr beitreten. Und seid dann drinne. Ich habe einmal mit dem Gerät. Aber leider erst mal noch nicht so weit. Wie gesagt, wir sind da erst mal genug. Hi. Fleisch. Kriegst Fleisch von mir. Ah, wie geht es denn, Billy, mein Freund? Vor allem, dass du erst noch nicht eingeschaltet hast. Okay. Aber wie gesagt, klar sind wir erst noch genug. Aber wir können gerne mal schauen. Bestimmt mal vielleicht ein anderes Mal. Oh, vielleicht wird es mal ein nächstes Mal geben. Aber leider sind wir jetzt noch genug erst mal. Warte, wie... Nein, das ist eine Kiste. Warte, ich muss was gucken kurz. Äh, ich finde den Server nicht. Echt nicht? Äh, bist du wirklich sicher auf Java? Weil dann müsste es eigentlich das hier sein. Mir geht es aber auch ganz gut. Danke, Herr Nachfrage, Billy, mein Freund. So, würde mich natürlich freuen, wenn es dir auch super gut geht. Würde mich freuen. Also, sicher auf Java. Aber wenn man bei Bedrock ist, funktioniert das leider erst mal nicht. Im Bedrock-Server würden wir aber auch gerne das nächste Mal machen. Aber wenn es euch gut geht, geht es mir auch super. Muss ich zugeben. Jam, jam, jam. Ich habe gerade sogar Essen bekommen. Das ist peinlich. Ich muss gerade gucken, wie man... Ein fucking... Das ist schlimm. Wird mich Remo jetzt auslachen, glaube ich. Oh, kann man gar nicht so machen. Ich finde... Ein Holz, bei Gott... Einen Holz, ein Holz. Mann, das lief von dir. Einbruch von Cloud. Natürlich... Oh, danke. Grüß dich raus. Aber natürlich auch Cloud zurück, mein Freund der Sonne. Wie geht es Cloud, mein besten Freund der Sonne? Ah, sehr lieb von der Leon. Man kann ja Jabba im Bedrock-Koppeln. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, man kann halt... Echt? Wirklich? Loser. Wusste ich doch. Da kommt instant dieser Call rein. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe die auf Snapchat geschrieben wegen Microsoft. Echt gerne. Das gucke ich mir sofort gleich an. Mann, was passiert, Karlmann, von Sonne? Der Server läuft zur Zeit auf 1.20.4. Oh, der liebe Stinkstiefel ist auch drin. Der liebe Billy Butcher ist auch drauf. Willkommen auf den Server, mein Freund. Ah, den jetzt kommt auch immer Bedrock, wenn ihr wollt. Der ist halt da noch hier drauf. Oh, hast du gebannt? Ich habe dich nicht gebannt, Karl. Wo soll ich dich denn gebannt haben? Ich habe dich doch lieb, Karlmann, von der Sonne. Oh, der liebe Vlad ist weg. Oh, der liebe Vlad ist wieder da. Einfach raus. Du bist doch nicht gebannt. Ich würde dich doch niemals... Ich würde doch niemals meinen besten Freund der Sonne baden. Warum sollte ich das denn machen, mein Freund? Aber Pablo, ich habe dir eben gezeigt... Also, hat es bei dir geklappt, Pablo? Eigentlich müsste es so klappen, wenn ich dir genau gezeigt habe. Oder soll ich dir nochmal zeigen? Das ist kein Problem, also kann ich dir gerne nochmal zeigen. Snapchat funktioniert bei mir nicht. Echt nicht? Wie das denn, wenn ich fragen darf, Vlad? Wie funktioniert der nicht? Meinst du gerade im Stream oder wie? Oh, mit Stein. Danke. Sehr lieb von euch, aber... Aber darf ich mal fragen, wie funktioniert nicht, wenn ich mal fragen darf? Apfel, ich habe einen Apfel. Ich habe geschrieben, dass er da stand vom Chat gebannt. Ich glaube, ich bin bei der Zeit vorbei. Ich habe dich nicht gebannt. Hast du offensichtlich zu viele Modus gespammt? Aber ich würde dich immer entbannen, meine Freundin, sondern ich bin heute krank. Oh, Arlen, gute Besserung. Was hast du, meine Freundin, sondern das tut mir natürlich sehr leid zu hören. Wie geht's, wie steht's dir alle, mein bester Freund der Sonne? Tut mir sehr leid, was hast du denn, wenn ich mal so fragen darf. Warum sind denn so viele von euch krank? Leider. Äh, nee, also wenn du ins Spiel gehst, dann... Äh, kann ich dir hier nochmal zeigen. Ihr geht dann hier bitte auf Spiel. Auf Mehrspieler geht ihr. Hustenschnupfen. Boah, gute Besserung. Hustenschnupfen ist echt immer... Also zwar nicht so schlimm, aber echt lästig, muss man leider zugeben. Auf Mehrspieler. Server hinzufügen. Und dann hier die IP eingeben. Ab in Socke, meine Freundin der Sonne. Wie geht's, wie steht's dir vom Nahrungshof, dass du da bist? Ah, ist nicht schlimm, Karl. Aber ich hoffe einfach, du bist nicht sauer. Natürlich fühle ich deinen besten Freund der Sonne niemals spannen. Ich würde dich höchstens entbannen, wenn du auf Sehen gebannt bist, mein Freund der Sonne. Weil ich hab doch meinen Karl lieb. Und ich freue mich natürlich, dass du noch da bist. Aber wie geht's, meine Freundin der Sonne Socke und alle gute Besserung. Der Husten... Ich find, äh... Läuft... Also so, wenn man Stupf hat und die Nase ganze Zeit läuft, das ist das Allerschlimmste. Das ist lieb von dir, Karl. Mir geht's bis... Das war mit der Türensocke. Diego, er bin willkommen im Stream, mein bester Freund der Sonne. Wie geht's, wie steht's dir? Ich hoffe, es ist ja auch, dass du da bist. Ach, wirklich. Ja, das Geisteskrank nervig. Boah, ich hätte ne Idee, was wir machen könnten. Ich weiß nicht, ob du die Idee fühlst. Das ist jetzt eine rein theoretische Idee. Guck mal bitte gleich mit raus. Ah, es nervt. Okay, bei mir geht's kein... Hä? Ey, kannst du denn, wenn du dann aufsehen, vielleicht auf... Ähm... Bedrock bist? Weil bei Bedrock gibt's sowas leer, glaub ich nicht. Was isst du? Äh, ich esse mir grad... Äh, ich hab grad so einen Salat mit Hühnchen und so bekommen. Richtig geil. Ich freu mich auch. Das freu mich dazu. Wie geht's dir aber, Diego, mein Freund? Freut mich sehr, dass du eingestellt hast. Wie geht's dir, mein bester Freund der Sonne? Was würdest du dazu sagen, so? Ich glaub, es sieht Kacke am Ende aus, muss ich zugeben. Bon abend. Das ist die neueste Version, Ben, mein Freund. Aber abend, Ben. Willkommen auch dir im Stream. Wie geht's dir, Schlesien, Ben, mein Freund, von dem du erst so eingestellt hast? Und, äh, wie geht's dir, mein Freund, von Noah? Mal wie er mein Kiff... Natürlich, Noah. Abend, willkommen zu ihm, Noah. Wie geht's dir, Schlesien, von dem du auch eingestellt hast? Aber vor allem, dass du Jugo mein bester Freund zusammen gut geht. Wie geht's dir, Schlesien, lieben Ben und die lieben Noah. Vor allem, dass ihr beide da seid, natürlich. Heute mal, wie er mein Kiff schon morgen wieder... Äh, heute mal, mein Kiff schon morgen wieder fortnet. Echt? Lass uns nicht an, Lakida. 16-Gear-Watt-Update. Echt? Bei mir ist es gerade fertig geworden, aber leider habe ich dann den Stream gestartet. Ich war vorhin noch gar nicht drin. Hatte Fußball. Uh, wie lief's bei dir heute, mein Freund? Hau mal raus. Hoffen natürlich, du hast gewonnen. Hoffen natürlich, mein Freund hat gewonnen. Wäre natürlich cool. Ich weiß, was mein Leben will. Na, ich hab... Muss doch... Alles doch gut. Passiert jeden Mal auf den Karten, so was Schlechtes mal. Na, das brauchst du ja nicht Pech. Also, passiert jeden auf den Karten. Jeder hat mal ein bisschen schlechtere Zeiten da. Wird doch bei dir wieder cooler sein. Nein, der Zombie tötet mich. Einfach, mein Werkzeug geht kaputt. Alles nacheinander. Hab gewonnen. GG, das freut mich zu hören. Wie ging's denn aus, wenn ich mal fragen darf? Nein, Zombies, bitte tötet mich nicht. Halt, stopp, die Zombies. Halt, stopp. Danke. Ah, das freut mich noch zu hören. Nehmt noch Axt. Ja, die ist kaputt gegangen. Mir war schon klar, dass die dadurch kaputt geht. Deswegen dachte ich eigentlich, vielleicht mit der Dingsersmann. Ganz komisch. Ah, dürfte es eigentlich gehen. Würde mich natürlich freuen, wie die macht. Jetzt bin ich auf Waber. Echt? Jetzt müsste es eigentlich so funktionieren, wie ich dir gezeigt habe. 5-0 stark. Du hast auch Stürme, oder bin ich da bei dir falsch noch? Wenn ich mal nochmal fragen darf. Okay, no. Okay, stark, Pablo. Dann wird mich freuen, wenn du gleich drin bist. Müsst du mir nur sagen, bitte, wie dein Name nochmal ist. Weiß ich leider nicht. Ah, du darfst auch eigentlich drüben. Wir haben ja gar nicht so wie Videlis dann. War Stürmer stark. Hau mal raus. Wie viele Tore hat man vorhin zur Sonne geschossen? Jetzt bin ich gespannt. Sollen wir das so machen? Na, ich glaube, so sieht Kack aus. Ich glaube, man macht das eher lieber so, so Zäune. Na, aber ich glaube, mit dem sieht es auch nicht so gut aus. Mit dem wahrscheinlich. Warum 3? Ich brauche... Mein Gott, ich brauche nicht 3. Alle. Uh. Der hat mein Update dort eine dumme Stunde. Ah, das ist natürlich echt Kacke. Bei mir hat es auch irgendwie 30, 40 Minuten gedauert. Deswegen konnte ich leider nicht zocken. Oh mein Gott, der schwört mich ja schon. Es ist Nachtwurm, greift die mich nicht an? Okay, Frieden. Karl, Abend, willkommen jedem... Äh, Kai, Abend, willkommen jedemsteam. Wie geht's? Wie steht's da, Kai, mein Freund? Ich freut mich, dass du das so eingeschaltet hast. Wie geht's meinem besten Freund der Sonne, der lieben Kai? Ich freut mich natürlich auch, dass du da bist. Tore. Alle? Boah, ist geist krank. Dafür habe ich gehört, gab's bestimmt heute eine Gratispizza, oder? Irgendwas muss doch mindestens sein. Aber wie geht's mit Kai, mein besten Freund? Ich freut mich natürlich auch, dass du da bist. Wie krieg ich nochmal, also, hast du die Whitelist? Ey, kannst einfach beitragen, wir haben keine Whitelist. Kannst gerne beitragen, sind alle willkommen bei mir da ab der 10 Minuten gelaufen. Nein! Oi! Bei mir ist es, äh, so, weiß ich, kurz vorm Stream fertig geworden. Linus, ich hab ein Geschenk für dich. Wenn du das ab der 10 Minuten... Du hast geisteskrankes... Nee, das ist wahrscheinlich ein normales Internet. Hier, ein Apfel. Kein Antiklid, nee. Äh, bis jetzt noch kein, das ist einfach nur Just for Fun. Würde mich freuen, wenn ihr einfach nicht so eincheatet. Also, wie gesagt, Just for Fun, glaub ich, brauch ich das noch nicht so. Oder, ich weiß nicht, kann ich, glaub ich, doch da vertrauen. Oh, sagt ihr ja nein? Schon riskant. Ja, aber es ist ja nur Just for Fun. Richtig, richtiger Server wird natürlich auch anschließend haben. Abend, Hannes, mein bester Freund, wie geht's, wie steht's dir, Hannes? Vor allem natürlich auch, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu ihm, mein bester Freund, Hannes. Wie geht's, wie steht's? Ja, Bürger von seinem Trainer. Echt? Ich hoffe, den hast du dir schmecken lassen. Aber auch hochverdient, muss man sagen. Freund, ich bin gespannt. Er muss das Ausrufzeichen vorher schreiben. Ausrufzeichen, Freund, äh, ist ein bisschen falsch, Herr Gomm, da nur. Nee, kann aber einfach besser passieren. Ich weiß natürlich nur, aber ich hoffe, da passiert hier nichts. Hannes, mir geht's aber auch ganz gut. Natürlich dank der Nachfrage. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich stehe mir gleich vor, und dann echt? Ich drücke dir Daumen. Kannst du mir gerne mal sagen, ich glaub, das hat bis jetzt noch keine Person gemacht. Was ist denn ein Fortnite neu, Kai, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß, das war ein Update, aber ich hab nicht gesehen, was da neu ist. Ich bin grad nebenbei, deswegen stelle ich mich mal kurz in die Ecke hin. Ich hoffe, das ist okay für euch. Reden kann ich trotzdem mit euch, ich stehe kurz in der Ecke hier. Aber brauchst du auch nicht. Wird nur kurz auf, SNB sofort da. Midaskin. Stimmt, heute kam da Midaskin rein. Habe ich gar nicht dran gedacht, muss ich zugeben. Genau, so sieht man die Points. Danke. Heraus, Diego, mein Freund, was gibt's? Was betrifft dich? Ich mein kurz in der Stadt. Nein. Aber du wirst auch mal gewinnen, Kai. Ich schütt dir die Daumen. Wer hast du für ein DC? Ich hab natürlich ein DC gern, wenn du mich mal zufrieden. Ja. Kannst du gern Ausrufszeichen DC dann beitreten. Das gab's früher im Lava-Modus. Ist wie früher so, Kian, dass die Lava immer höher geht. Das ist die von der Däger. Du bist auch einer der besten Zuschauer. Danke natürlich. Hi. Habt ihr ja nicht viel mehr. Hau raus. Guck ich mir gerne mal Privatmanchallend, oder? Ah, ist die von der Däger. Danke. Ist wie früher so, dieser Lava-Modus. Die Mieskin ist noch nicht drin. Echt noch nicht. Kommt der später? Wann wird der kommen? Ja. Alles hört sich cool an, Kai. Alles hört sich cool an. Bin mal gespannt, wie es da aussieht. Bei mir steht Verbindung zum Server. Kann nicht hergestellt werden. Echt nicht? Bis auf der neuesten Version. Eigentlich müsste es gehen, sonst aktualisieren wir mal bitte nochmal. Hab ich aufgeschickt. Guck mir gerne mal später an auf Arlen, mein Freund, oder auf Disco. Ah, gerne, Diego, mein Freund, so. Hab ich doch lieb. Hab dich doch lieb. Der liebe Kahn-Barni ist auch hier. Coter Skin, aber muss ich mal sagen. Ah, stimmt. Ich bin nicht, Kai. Wie findet ihr eigentlich meinen Skin in Mycrift? Haut mal raus, meine Freunde, Sonne. Ah, vier. Äh, nicht Screenshot. Äh, fünf. Haut mal raus. Ich hab grad viermal verklickt. Ich dachte, ich schaff das einfach mit einer Gabel in der Hand. Wie findet ihr den Skin? Haut mal gerne raus. Man kann gerne so einen Screenshot machen, warte. Oder nicht? Nein, ich hab... Oh mein Gott, ich hab auch so einen F. verdrückt. Ich bin oft mit meiner Hand draufgekommen, mit meiner fetten Hand. Wir sind Koordinaten. Hier. Reward schon. Full Diamond. Dieht cool aus. Ah, ich muss wieder, glaub ich, Full Gold machen. Das nervt, glaub ich, wahrscheinlich. Ruffy. Natürlich Ruffy, Philipp. Aber Abend, Philipp. Willkommen zu ihm. Hab kein Mycrifft. Schade. Aber würde mich trotzdem sehr lieb, dass du ihn streamen darfst. Morgen kommt wieder Fortnite. Ah, wie geht's, wie steht's, Philipp, mein Freund, Sonne? Geil. Können wir gerne mal schauen. Darf ich ein Mod sein? Können wir gerne mal schauen, Niklas, mein Freund, Sonne. Aber bis jetzt brauchen wir hier keinen Mod. Das ist wie gesagt, ich bin nur just for fun. Welchen Mod brauchen, können wir gerne schauen. Ah, wie geht's denn, Niklas, mein Freund? Vor allem, wenn du tschüssig auch, dass du eng geschaltet hast. Arthrom, George, Indigo. Warum hat der eine schon die Errüstung? Boah, ich glaub, der ist ganze Zeit in der Hülle. Der war seit Anfang an drauf und war ganze Zeit unten farben. Muss ich zugeben. Der ist geistkrank. Bin, glaube, drin. Hast du mich, Till? Ey, du bist, du dürfst bei uns hier, ne? Wir sind da, ne? Wo bist du denn? Ich kann dich gar nicht repetieren, wenn du möchtest. Slash, Till. Wie heißt der in Mycrifft? Muss ich mir sagen, Pablo, mein Freund, Sonne. Ich brüche dir deinen Namen kurz. Dann kann ich dir gerne repetieren. Aber ich bin mal gespannt, wie fortan wird. Ich werde es heute bestimmt auch noch zocken. Können wir morgen zocken. Ey, können wir gerne gucken, Diego, wenn man kann. Kann man nicht tippen? Gerne, Niklas. Eigentlich dürfte es echt in der Nähe sein. Du bist jetzt nicht weit weg. Weiß gar nichts. Müsst du nur bitte kurz was in den Chat schreiben, war T, und dann schreibst du sowas in den Chat rein, und dann kannst du sie theoretisch sehen, wo du bist. Also, wie du heißt. Oh, ich sehe das dann auch. Weiß nicht, wie ich heiße. Du kannst sehen, wie du heißt, Linuskiste. Elius, ich würde da ein bisschen aufpassen. Hier gibt es ein paar Leute, die klauen auch wahrscheinlich. Weiß nicht, dass da nicht deine Kiste geklaut wird. Natürlich klauen immer nicht cool, aber es wird es wahrscheinlich trotzdem Leute geben, sowas zu machen. Leider. Aber sind nicht alle lieb immer. Ich glaube, ich bin drin. Du bist drin, Fabio, mein Prinz. Natürlich. Einfach die Doppeltür. Du musst, äh, tippen. TP. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann ich auch TP machen. Stimmt, tippen. TP. Fabio. Zu. Okay. Bist da, Fabio. Habt ihr natürlich recht. Ihr seid doch, ihr seid ja die Schlauen, nicht ich. Oh. Wo baut der Rimuru? Ich muss dafür anfassen, das Fanboy außer Niklas. Okay. Wir machen ein... Oh mein Gott, ich hätte voll eine geile Idee. Leute, warte, ich hätte eine Idee. Hätten da alle Leute auf den Silver Lust mitzumachen. Wir alle gegen Rimuru und Niklas. Die sind alle ein bisschen farmen und ein bisschen am Ende kämpfen. Sagt ihr, wäre eine coole Idee? Ein bisschen so bauen mit Basis und so? Oder nicht so? Was sagt ihr dazu? Alle gegen... Alle, wir alle gegen den lieben Rimuru und den lieben Niklas. GHG. Auch da so Stinkstiefel mit uns und so. Ja, aber nicht hier. Geht mal dann weg von uns, okay? Rimuru, dann geht ihr bitte da weiter weg. Hey. Dann gehen wir da hinten. Mama, Fliege. Wir haben doch hier noch Anfangszeit. Planungsphase. Ich kann gleich, ob die Fallen sehen. Der Liveholt bis so 20 Uhr, 20.30 Uhr bestimmt. Dann gib uns aber Zeit zum Ausrüsten wenigstens. Du hast ja schon die Errüstung. Ist ja nicht fair. Doch, aber ich brauche doch... Wie soll ich denn... Ich habe nicht mal ein Schwert. Ich habe doch nicht mal ein Schwert. Wie soll ich dich damit töten? Mit meinen Augen oder was? Mit meinen Augenbrauen soll ich dich so tot hauen? Wie soll das... Robino Abend, willkommen im Steam, Robino. Minecraft, wie geht's? Wie schießt ihr, Robino? Ich frage mich, dass du so englisch schnell hast. Willkommen natürlich auch dir im Steam. Wie geht's? Wie schießt ihr, Freunde? Ich... Äh... Stinkstiefel. Okay. Stinkstiefel, soll ich dich zu uns TP'n? Okay, kann ich gerne zu uns TP'n hier. Wir müssen uns ausrüsten. Wir müssen farmen und so. Jetzt, ich farme mal. Ich farme Holz für uns alle. Und ihr könnt gerne ein bisschen Stein farmen und so. Wir müssen gewinnen. Wir müssen eine gute Basis bauen. Wir müssen die töten. Ich weiß, Remo, aber ich weiß, du wirst doch nicht reintrollen. Aber Minecraft, cool, Robino. Wie geht's, wie schießt ihr, warum es so englisch ist? Server-IP. Äh, Jankan. Server-IP steht da oben angepinnt. Ich kann hier gerne nochmal reinschreiben. Aber Jankan, ab und willkommen im Stream und auf meinem Kanal. Wie geht's, wie schießt ihr am Freund der Sonne? Ich fand mir natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ist angepinnt. Ja, es dürfte eigentlich angepinnt sein, Jankan. Sonst kann ich gerne nochmal reinschreiben. Äh, Fabio, gerne. Wir müssen auf jeden Fall machen, Kahn, Bunny. Auf jeden Fall. Wir müssen uns da ausrüsten. Ich bleib online, aber will ich schreiben. Ah, kein Problem. Will Bot testen. Echt? Ich drück dir die Daumen dann, Robino. Erstes Lied von dir. Danke, dass du dir mal ausprobierst. Der liebe Vlad ist auch da. Vlad, bist du auf unserer Seite, oder? Vlad, du bist doch auf meiner Seite. Ihr seid ja alle... Okay, warte, wir müssen mal die Leute... Äh, wäre es okay, wenn ich euch mal zu mir TP'n alle? Oder gehst du nochmal... Hast du nochmal Landschaft? Echt? So schlimm? Hätte jeder von euch kurz Zeit? Ihr habt 20 Minuten... Nein, länger, Rimo. Wir können doch den ganzen Stream ruhig machen. Wir können länger schon. Das ist ja doof, wenn es sofort aufhört. Wir lassen uns länger Zeit. Du kannst ja auch was machen, wenn du möchtest. Nein, doch länger. Länger, länger, länger. Ah, siehe von dir. Und, äh, Jani, freut, dass du mitmachst. Melone, Abend, willkommen zu Melone. Wie geht's, wie schießt ihr? Ich hab' mir so eingestellt, das ist mein bester Frontzone. Ihr wisst, 20 Minuten ist nicht viel. Nein, aber bleib dein Team. Ah, siehe von dir kann, Bunny. Ey, könntest du euch gleich zu mir tippen? Hättet ihr gleich kurz Zeit, dass wir hier kurz was machen? Oder, mal Frage, lest mal eine letzte Nachricht. Gerne, ich lädila, aber nicht Kiliamann, Frontzone. Wird mir leider nicht angezeigt. Habt ihr Essen? Boah, ich hab' gar kein Essen. Wir müssen Essen holen. Wir brauchen Essen, Leute. Wir müssen unbedingt... Oh mein Gott, wir müssen so viel fahren. Ähm, Fabio, könntest du nach Essen suchen für uns? Wir müssen uns einplanen jetzt, Leute. Wer von euch ist alles in unserem Team? Vlad, bist du da? Stingstiefel, äh, bist du da, mein Freund zur Sonne? Der liebe Linus, bist du da? Vlad und Fabio und Kanbani. Ich hol mir Eisen. Okay, wir müssen dann ein bisschen einplanen, ein bisschen. Fabio holt dann, wenn es geht, Essen für uns alle. Wir müssen echt alles geplant sein. Jankan, Bock mit machen bei uns beim Fighten. Mein Freund zur Sonne, aber wie geht's, wie steht's der Frontnotice, dass du da eingeschaltet hast? Haut dir raus. Ist das eine coole Idee, so ein bisschen zu fighten? Oder sagt ihr, das vielleicht war eine doofe Idee? Ich glaub, wir würden die Bock machen bestimmt für einen Stream, weil der Server wird wahrscheinlich eh nicht lang sein. Komm mal, Nico. Ich hol gern sofort, Linus. Wo bist du? Ich hol grad ein bisschen Holz für uns. Da müssen wir später nicht machen mehr. Holz brauchen wir auch ein bisschen. Oh, du hast schon Eisen? Sehr lieb von dir. Ja, danke. Ich hol mal ein bisschen. Warte, ich kann dir gern ein bisschen mehr geben. Ich hab jetzt noch nicht so viel, aber... Ich hoffe, du kannst vielleicht damit anfangen. Ich muss fahren ein bisschen mehr. Ich sehe deine letzte Nacht. Ja, leider nicht. Wie geht's, wie steht's der Melone, mein Freund zur Sonne? Nämlich Noah. Gerne Noah. Wir haben auch Stöcke genug. Wir haben auch Äpfel. Theoretisch könnten wir dann goldenen Äpfel machen. Ah, Pferde geben ein Doppel leider nicht zu essen. Wollte ich nur gesagt haben. Ich muss ein bisschen weiterschauen, hier. Echt? Ich hab Plauts noch nie verwendet, muss ich sagen. Ich hab früher immer Artenus gemacht. Kannst du schon vorn spielen? Ich kann jetzt theoretisch schon. Bei mir ist er fertig geupdatet. Kai, Mann, von der Sonne. Diesmal nacht ich nicht. Ich seh leider die eine nicht. Ich bin mal gespannt beim Robin und wie der Bot ist. Wieso hast du den Texture Pack an? Ich hab gar keinen an, äh, Ben. Welchen Texture Pack? Was für ein Texture Pack? Hä? Aber wusste ich noch nicht. Das hab ich echt noch nie gemacht. Spiel jetzt. Oh, hau mal raus. Wie findest du das? Wir hatten ja auch Rasen. Echt? Ich weiß, ich hab gehört. War es guter Rasen oder wie war es das Spiel? Wenn ich fragen darf. Ich tübe mich kurz mal wegen... Nein! Rüstung ausziehen. Boah, zuerst hat die keinen Falldienst. Ich hab vergessen, Rüstung ausziehen. Warte, ich tübe mich kurz wegen Essen. Keine Ahnung, warum ich den drin hab. Vielleicht die gute Rasen. Das freut mich zu hören. Guck ich mir später gern mal an, sofort. Keine Sorge. Leute, was sagt ihr? Werden wir gegen den lieben Ben und den lieben Rimuru gewinnen? Was sagt ihr im Chat dazu? Ich bin nicht gut im PvP. Ich hoffe, ihr seid vielleicht ein bisschen besser. Ich würde mich freuen, wir werden hoffentlich gewinnen. Ich drück euch die Daumen. Wir sind mehr Leute. Wir sind genug Leute. Müsst ihr hinhauen. Was für Ben? Ey! Ich hab gar nicht zu dir Ben gesagt, mein Freund. Zu mir dem Honk Ben. Weil der Ben ist da. Im Chat. Mein Freund soll nicht die Klasse nicht Ben. Aber ich muss noch meine Feinde provozieren. Das ist jetzt ein Bett. Echt? Das lieb von euch. Danke. Wir schaffen's. Ah, der Ben ist auf unserer Seite. Stimmt. Der Niklas ist nur auf der Gegnerseite. Stimmt. Stimmt. Ah, ich bin voll verpeilt gerade. Ich dachte gerade... Ähm... Ja, vermeint. Meine Schuld. Meine Schuld. Ich hab gerade verwechselt. Der Ben ist doch auf unserer Seite. Der Niklas war auf der Gegnerseite. Ich hab's verpeilt gerade. Ich hab dich auch gern, Diago. Äh. Mein Freund zur Sonne. Ich hab dich auch sehr gern. Außer er freut mich natürlich auch, dass du im Stream dabei bist. Für mein PewDiePo braucht noch mal Errüstung. Aber müssen wir dir organisieren. Kannst du nicht? Äh, kannst gern zu Mates. Tipp dir, Jaden. Nein, mein Axt. Oh, danke natürlich. Sehr lieb von dir. Ich barm noch ein bisschen Holz ab. Lina Abend. Handy macht Faxen. Bin jetzt mit Laptop da. Wie geht's? Wie schießt ihr, Lina? Meine Freundin in der Sonne. Vorumsehn natürlich sehe ich auch, dass du eingestellt hast. Wie geht's dir, Schlitz? Ich wollte mal demnächst auch mal wieder, wenn du wieder da bist. Leider nicht morgen oder nicht übermorgen. Sondern so. Vielleicht dachte ich so am Ende der Woche. Mal das andere Spiel streamen. Aber ich weiß halt nicht, ob du da kannst. Wollte ich dir mal fragen. Ich baue einen Short-Hump. Echt stark hier. Das freut mich doch zu hören. Das ist cool. Ah, mir geht's auch ganz gut. Danke, Nachfrage, Lina. Freut mich sehr, dass dir gut geht. Das ist cool. Das freut mich natürlich bei dir zu hören. Seid auch vom Herzen gegönnt, Kilian, mein Freund der Sonne. Warte erst mal. Okay, können wir gerne machen. Ich dachte so Ende der Woche so vielleicht. Oder kann auch gerne sonst noch warten, wenn du möchtest. Blogman. Abend, Mr. Blogman. Wie geht's? Wie steht's? Ja, natürlich auch, dass du eingestellt hast. Willkommen dir im Stream-Blogs, Mann. Wie geht's? Wie steht's, mein Freund der Sonne? Ich hätte über fast ein Stack-Holz. Wir müssen noch ein bisschen Eisen farben. Wir sind noch nicht gut ausgerüstet. Mein Herr Jakob war gerade 90% obwohl. So kacke. Wieso? Das ist natürlich echt kacke. Ich weiß leider nicht, wieso. Aber du hast ja auch letztens, glaube ich, schon Probleme mit dem Akku. Muss man zugeben. Mir geht's auch ganz gut. Keine Nachfrage, Blocks, Mann. Wenn du Lust hast mit... Ah, du kannst dir, glaube ich, nicht mitmachen, oder? Schade. Ich habe gesagt, gerne die Auge. Warum nicht, mein Freund? Ich bin dabei. Stark, Fabio. Du bist auf unserer Seite da. Wir müssen das Böse besiegen. Das Böse. Wir werden es schon schaffen. Ja doch. Wie kostet ich? Ich habe eingeschickt, du. Ich habe eingeschickt, du. Kekse. Eigentlich ist das Handy dafür nicht bekannt. Habt ihr Fackeln? Leider noch nicht, muss ich sagen. Ich habe aber echt sehr viel Holz, muss ich sagen. Braucht einer von euch Holz? Ich kann euch gerne Holz geben. Eigentlich muss ich ein iPhone holen, Lina. iPhone, super Handy. Meine Freundin der Sonne. Aber vom Sers Leon wieder da ist, mein Freund. Mein bester Freund der Sonne. Digga, was? Da war der Platz sofort sauer. Ich habe nur Google Kunden. Achso, dann hat ich dann das Kacke. Dann lohnt es sich nicht so. Oh mein Gott. Ach, da ist einer von euch am Farben. Ich dachte, was ist das denn da? Sagen wir es mal auf die Hand. Echt? Ich mag Samsung. Ich mag iPhone mehr. Ich muss sagen, ich finde iPhone besser für mich. Kommt damit besser zurecht. Äh, gerne ausfüllen mal. Müsse viel mache ich da echt keinen Call. Tut mir leid. Das iPhone kommt Samsung nicht dran. Wenn A nicht ausreicht. Oh, der Billy Batsch. Echt? Ihr mögt alle Samsung mehr? Ich habe 11,5. Stark Leon. Da kommt der Flex. Ah, Billy. Du bist auch auf unserer Seite, oder? Wir müssen am Ende. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich glaube, wahrscheinlich ja. Wir müssen gegen den Rimuru und den Nikos gewinnen. Bokli. Ich denke, es kommt drauf an, was man gewöhnt ist. Ich glaube auch Bokli. Ich bin zum Beispiel, seitdem ich klein bin, immer ein iPhone gehabt. Ne, mein allererstes war sogar ein HTC, muss ich sagen. Kennt ihr HTC noch als Marke? Da könnt ihr gerne mal sagen, was habt ihr für ein Handy? Es gibt ja tausende hier. Boah, es sind echt gerade voll viele hier. Ich bin nur ein paar Teile. Was hast du für ein Handy, Billy? Batscher. Ich bin nicht Bad und gucke live. Echt? Ja, Bad, das war ich auch sehr entspannt. Ich würde mal kurz auf K stehen. Ich hoffe, ist das okay für euch, weil ich muss kurz noch nie mehr essen. Gegen dich, gegen meiner, gegen uns alle. Alle Leute, die hier sind, bin ich. Abend, Leo, meine Freundin Sonne. Wie geht's? Wie steht's hier? Oh, das HTC hat ich früher. Das waren schöne Zeiten. Hat man keine Gedanken gehabt. Aber wie geht's, wie steht's, Herr Boruchli? Willkommen natürlich im Stream und auf meinen Kanal. Freut mich sehr, dass du engstellt hast. S21. Ich weiß nicht, ich hab mit Samsung irgendwie... Ich find Samsung irgendwie nicht so schön mehr, muss ich sagen. Dann komm ich auch gar nicht zurecht mehr. Ich bin nicht lieb. Ah, du bist Hundi, also die Freundin. Ich hab ja auf den gleichen Account. Wie geht's, steht's hier denn, meine Freundin Sonne? Ich frag mich natürlich auch, dass du dann da bist. Willkommen dir dann. Brauchst du Holz? Warte. Jetzt mach ich mal ein bisschen Craften für dich. Ich glaub, das dürfte... Das dürfte wahrscheinlich reichen, oder? Das Holz. Was ist du? Ich esse grad nebenbei so Hühnchen ein bisschen mit Salat, muss ich zugeben. Ah, du hast mich veräppelt, einfach. Du hast mich einfach veräppelt. Unparteiisch, Billy. Wie unparteiisch. Ich brauch deine Hilfe. Billy, du fällst mir grad in den Rücken. Ich hab grad die Nachrichten gecheckt. Oha, warte, warte, warte. Was ist das denn, Billy? Billy, Messer stecht in Nikos Rücken. Billy, wir brauchen dich für die Armee. Jetzt schon? Nein, ich leg mich auch in ein Zeug. Ich war grad nebenbei am Essen. Es kommt sofort. Warte, ich muss mich Craften kurz. Hast recht. Lukas Abend. Lukas, wie geht's? Wie steht's jemand von uns? Ich freu mich natürlich auch, dass du da bist. Ich leg mich auch jetzt in ein Zeug. Versprochen. Hat einer Stein von euch? Haut mal raus. Hat einer bitte Stein? Wäre cool. Kurz ein bisschen Stein. Haben wir Stein? So. Ein bisschen Stein. Ah. Ich ess grad Döner. Boah, lass dir schmecken. Ah, ich brauch nicht so viel, aber danke. Das glaub ich reicht schon. Danke. Ihr könnt farmen jetzt auch. Hier. Ihr könnt jetzt alle Steinformen und Eisen suchen. Gerne auch, Leon. Frage, wirst du eher... Boah. Bei Samsung weiß ich gar nicht, wie du bist der Blocksmann. Ich kann da nicht empfehlen. Müsst du mal eine Person fragen, die sich vielleicht da mehr auskennt. Ich hab wirklich halt echt nur iPhone, muss ich zugeben. Gestern Freund war cool. Ich war noch nie mit dem YouTube in der Runde. Echt? Das freu mich doch zu hören, meine Freundin der Sonne. Ich hab's eine Woche lang verboten. Uh, warum das denn, wenn ich fragen darf? Hab ich auch, Diego, mein Freund der Sonne. So, dann lass uns mal. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen hier gucken. Boah, ich muss auch wegen Kohle gucken. Ich weiß nicht. Kohle hab ich auch leider gar nichts, muss ich zugeben. Okay. Danke. Ich bin einfach hier in den Creeper. Mach mal halb lang. Warum, da wie? Ich muss auch hier unten sein. Bisschen Holz. Boah, ich glaub, ich hab Holz gegeben da hinten. Da könnt ihr den nehmen. Ich hab so Hunger, Minecraft. Mein Eisen. Na, wir verbinden. Ey, unser Eisen. Schlingstift ist auch hier. Also, ich glaub, echt, das ist schwer zu sagen, was da besser ist. Muss man zugeben. Lad unser Eisen. Hier ist ja gar nichts, wer. Ich drücke mich jetzt ab. Oh. Ich hoffe natürlich, man sieht es ja gleich wieder, wenn du Lust hast. Aber du siehst gar nichts hier. Man sieht ehrlich gerade gar nichts, muss ich zugeben. Ey, leider heute ja, aber nächstes Team Minecraft wird einmal Badrock sein, versprochen. Der Team wird jetzt noch einmal hier so sein, leider. Wie ist AZ? Ist ganz okay, muss ich sagen. Ist ganz okay. Der liebe Diego. AZ ist eigentlich echt ganz okay da. Wie ist denn bei euch denn? Bei dir, euch Lukas, wenn ich fragen darf. Okay. Mein Freund der Sonne assistiert uns auch wieder da. Ich glaub, man sieht echt gar nichts gerade im Stream, oder? Die Ehrlichkeit ist auch echt gerade sehr, sehr miserabel. Natürlich. Das freut mich doch zu hören. Da ist eben noch eine Person beigetreten. Wir müssen am Ende uns ein bisschen ausrüsten und dann kämpfen da. Ich find gar nichts von Eisen hier. Ich dachte, ich find irgendwann... Ich dachte, ich komm irgendwann auf einer Höhle hier. Beim Abtreten. Wir schaffen es schon. Ich glaub es... Wäre cool. Mal schauen. Vielleicht, Blackstone, wo bist du? Ich bin hier gerade unten am Farmen, muss ich sagen. Ich muss doch hier langsam auf einer Höhle kommen, oder irgendwas. Wir müssen für uns farben, Ali, weil wir müssen am Ende gegen Rimuru und so kämpfen. Hier gucken wir bei mir in Freitag Pommes. Na, brauch ich nicht. Danke. Lieb von dir, aber nein, nein, nein. Warte, ich kann mal gucken. Nein. Nein, 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 nein. Erstmal noch nicht. Brauch... Ah, lieb von dir. Brauch ich aber keine. Ich bin am Freitag gar nicht mal da um 12 Uhr. Nein, bin ich alle gleichzeitig. Natürlich alle gleichzeitig. Nein, nicht alle gleichzeitig. Hilfe. Wo bist du, Vlad, mein Freund? Was passiert? Wie kann ich dir helfen? Ich muss wieder kurz zurück. Wann ist es feilt? Boah, müssen wir schauen. Genau. Weiß ich genau auch noch nicht selber. So, am Ende des Teams ungefähr. Muss Chemie lernen. Boah. Was habt ihr denn Chemie, wenn ich fragen darf? Was ist denn euer Thema zur Zeit? Auf Chemie lernen hätte ich auch gar keinen Bock. Muss ich sagen. Aber Ende des Teams ist es ungefähr feilt. Ali, bist du dabei? Wenn ich mal fragen darf. Warst du gerade mit meinem besten Freund der Sonne? Würde mich freuen. Ja, ich finde echt gerade nichts. Einfach Spitter kaputt gemacht. Und nichts gefunden. Nicht eine Höhle. Muss ich zugeben. Nicht eine Höhle gefunden. Nicht ein Eisen hier. Heilige Kacke. Ist das schon bodenlos hier. Ey. Abend schlaf gut. Ich hoffe natürlich, dass man sich da morgen zu Fortnite wieder sieht. Wenn du Bock hast. Aber sehr cool, dass du heute da warst. Und sehr gute Nacht. Schlaf gut, mein bester Freund der Sonne. Aber ich denke, dass du heute da warst. Ich muss hier unbedingt... Ah, dir noch einen schönen Abend schlaf gut, Linus. Danke, dass du dabei warst. Aber es sind eine jetzt weniger eine Person. Ja, das ist lieb von ja. Danke. Ey, ich finde hier gar nichts. Ich glaube... Ich hoffe, es macht gar keinen Sinn hier weiterzubauen. Ey, ich glaube, ich finde hier echt nichts. Ich baue mich einfach so runter jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ey, ich habe... Ich gehe doch kaputt hier. Hier ist gar nichts. Nichts. Hier ist wirklich gar nichts, wo ich bin. Ah ja, so heißt. Ihr könnt mich auch gerne Nikon nennen, wenn ihr wollt. Ey. Ich habe Herzen. Wie meintest du das Herzen beim Freund der Sonne? Aber wie kann es sein, dass ich hier nichts finde? Ey, Stinkstiefel. Du bist ein Stinkstiefel hier. Vom Elf Stinkstiefel. Stinkstiefel, coole Person. Müde. Ah, langt hier geht. Mir geht es ganz gut. Und dir, Finn, auch lange sind wir von dir gehört. Warum es erst mal natürlich nochmal eingeschaltet hast. Wie geht es, wie schließt der Finn beim Freund der Sonne? Nicht schlimm. Blatt, dafür kriegst du echt einen Bann. Wollen kick. Das ist natürlich Kacke dann. Ah, nicht beleidigen, mein Freund. Beleidigen bitte nicht. Ah, das wusste ich natürlich nicht. Bleidigen nicht gut. Ah, Stinkstiefel wäre cool, wenn du die Diamond dann zurückgibst. Wir sind doch eh ein Team. Kann man auch über das Gespräch. Leider auf dieser Welt noch nicht. Aber gern mal, äh, nächsten Stream. Jetzt bin ich leidig. Ciao. Ah, du musst mal verstehen. Bitte nicht beleidigen. Du hättest das ruhig schreiben können und dann hätten wir es klären können da. Aber bitte nicht beleidigen, glaubt mein bester Freund der Sonne. Leider schauen irgendwie Bann nicht. Ah, wir halten zusammen. Es tut mir einfach. Ah, bitte nur nicht beleidigen, Vlad. Ich weiß nur, was ich meine da im Stream. Ich würde mich auch so gerne, äh, Leo, meine Freundin in der Sonne. Ah, ich hab dich doch trotzdem lead, Vlad. Aber bitte nur nicht im Stream sowas machen. Zu mir ist okay noch, bisschen aber nicht zu den Zuschauern, bitte. Ah, leider nicht. Aber nächsten Stream gerne finden. Ich bin auf... Äh, Stinkstiefel, kann ich zu mich zu DTPen? Ich bin ganz ordentlich erst nichts gewesen. Hä? Ah, danke. Ich hab nichts gefunden, muss ich sagen. Will doch gar nicht. Oh, Eisen. Oh, da ist aber Lava. Das ist ja auch so ein bisschen überrascht. Zur Zeit ja. Es sind irgendwie voll viele Leute gerade drauf. Ich wusste nicht, dass so viele Leute mitmachen, muss ich sagen. Wir sind einfach alle, glaub ich, auch zu weit entfernt. Das ist der Server gemacht. Nicht da, halt. Willkommen back, Kyle. Ich freue mich, dass du da bist. Ich, äh, Nico, wir haben vor dir. Komm, ich mach richtig Eisen. Doch. Wir haben richtig Eisen. Hier. Das ist unser Spieler. Das ist bugged. Leider, ja. Aber ich wollte demnächst mal einen richtig coolen Server. Ich kann euch mal gerne was zeigen, kurz. Ah, grad geht's gar nicht sogar. Soll ich euch später mal nach dem Fight das kurz zeigen? Oder soll ich mir den Fight später verschieben? Ich wollte euch mal was cooles zeigen. Wenn ihr Bock habt, was zu sehen. Wir sind gerade nebenbei dran, an einem Server zu arbeiten. Und ich wollte euch mal auch im Stream hier nach einer Meinung fragen. Wäre es okay, wenn alle gerade hier da sind, die ich später bewerten? Ich muss kurz lieben. Kein Problem, Noah. Auch an dich zum Beispiel, hier der Freund zur Sonne, äh, Billy Batscher. Ich würde euch gerne später mal kurz was zeigen. Und da gerne mal eure Meinung zu hören. Boah, die haben wir noch nicht mal hier. Ah, du machst grad Eisen. Willkommen back, Ben. Kannst du das bitte? Können wir gerne mal machen, Karl. Warum nicht mal? Aber für ihn, äh, nächstes Mal kann man schon auch darüber machen. Bad Rock leider diesmal noch nicht. Aber nächstes Stream gerne mal. Wir würden auch gerne mal darüber machen, warum nicht. Da wird bestimmt auch Bock. Muss man zugeben. So, wie alles, alles. Alles wird bestimmt cool sein. Muss ich zugeben. Ich würde euch gleich gerne mal was zeigen hier. Muss ich zugeben. Nach dem Fight, das ist ja schon gleich. Ich glaube, wir werden echt nicht gewinnen. Ist der Fight so ein, äh, Rimuru, um wie viel, um wie viel war der Fight? Wie lange haben wir noch Zeit, Rimuru, mein Freund der Sonne? Hau mal raus. Boah, ich muss nicht so. Ich wusste halt echt nicht, dass mehrere da sind. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wusste ich gar nicht, Kamerfanzer. Heute, äh, morgen gern Core Elite wieder. Ich habe Felder weitergemacht. Das ist echt, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, der Bass, äh, der liebe, also stimmt, also alle, die mitfighten möchten, können gleich gehen mitfighten. Ich fighte da. Ich weiß nicht, ob der Stink, wie viel mit hat, Lust hat. Die schaffen das. Ich drücke uns die Daumen, Noah. Das lief von dir, Karl. Danke natürlich, mein Freund der Sonne. Okay. Aber morgen kommt gern wieder. Und ich wollte euch gern mal später, wenn ihr kurz Zeit hättet, nach dem Fight, einen Server zeigen, wenn es okay ist. Und dann würde ich gern mal eure Meinung fragen, wenn es okay ist. Also wäre sehr cool natürlich. Wenn ihr den Server kurz bewerten könntet, weil der, ich möchte, habe geplant, einen richtig coolen Server mit euch zu bauen. Ich habe 9,75. Echt so viel? Das ist lieb von dir, danke. Ich habe wirklich einen richtig coolen Server mit euch geplant, wo ich auch ein bisschen Geld, mehr, bisschen mehr Geld investieren möchte. Aber will ich euch gern gleich mal zeigen, wenn das okay ist. Ah, siehe von dir. Boah, ich bin gespannt, wie der Fight am Ende sein wird. Ähm. Brauchst du Holz? Stinkstiefel, mein Freund, zwar nicht. Du bist ja ein guter Duden. Na. Du bist ja ein guter Duden aufschlagen, zu schlagen, immer wieder nachschlagen. Ey. Das ist nicht lieb. Willkommen zurück, Diego. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Remo, wie viel Zeit habe ich noch für den Fight? Ben, Gurke, Abend, willkommen im Stream. Booga und Ben, Abend, willkommen euch beide im Stream. Wie geht's? Wie steht's euch, meine Freunde der Sonne? Freut mich, dass ihr da seid. Melly, Abend, willkommen. Dir auch im Stream. Wie geht's? Wie steht's denn, Melly, mein Freund der Sonne? Freut mich, dass du eingeschaut hast. Eddie, jetzt hab ich gespannt, was das für ein Server ist. Ey, Basti ist einfach nur so kurz ein Server für den Stream. Ich habe mal ein bisschen weitergekommen, Basti, bei uns im Server. Ich wollte dir gleich mal gern zeigen, unseren Server, den ich da geplant habe, ein bisschen später. Was die Leute hier so zu sagen. Aber Abend, auch Basti, mein Beste von Sonne. Wie geht's? Wie steht's dir? Freut mich sehr, dass du eingeschaut hast. Teddy, Abend, bin jetzt da. Willkommen dir, Teddy. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich würde sagen, ich glaube, der Fight ist jetzt gleich schon, oder? Rimuru? Hau mal raus. Ist der Fight jetzt schon? Oder haben wir da noch ein bisschen Zeit? Ja. Ähm, ja. Egal. Melly ist meine Mama. Echt? Dann Abend, Melly. Wie geht's Ihnen? Oh, da muss ich jetzt mal kurz. Äh, Stinkstilfe, darf ich mir das Eisen nehmen, oder brauchst du es noch? Mich könnt ihr gerne Nico nennen, wenn ihr wollt. Dürfte ich mir das Eisen nehmen? Du kannst es du sagen. Okay, dann sage ich du. Oh. Ja, mit Wärtsum mache ich, glaube ich, echt auch gar nichts, muss ich sagen. Ja. Happy birthday to screen, happy birthday. Ich habe gar keinen Geburtstag. Oh, habe ich selbst was verpasst. Ich habe doch gar keinen. Hä? Mein Freund ist in der Blaze. Gute Portbeast. Ey, kann ich gleich gerne sofort machen? Ich tippe mich gleich zu euch. Also, ich kann es doch gerne zu mir so. Das mache ich gleich gerne sofort. Ähm. Ich auch nicht, Leo. Ich bin gleich wieder da. Du bist gleich dann Diego, meine Freundin. Sondern du bist erst, wenn ich gleich da bist, wieder. Mal eine kurze Frage an euch. Ähm. An den lieben Billy Batscher. Darf ich mir das Eisen nehmen, oder brauchst du es noch? Billy, mal eine Frage an dich. Bist du noch da? Lilly, wo bist du denn? Einfach Geist. Nimm ruhig. Das ist lieb von dir, danke. Will ich mir eine Rüstung machen. Ah, ich brauche noch ein Eisen. Oh, ich hätte bin gefahren. Bastian top. Ich drücke euch die Daumen da. Aber wie gesagt, wäre es okay für euch, wenn ich gleich kurz den Server dann ganz kurz für eine Minute schließen würde. oder nach dem Fight. Ähm. Und dann würde ich euch gerne kurz was zeigen. Nämlich einen anderen Server. Weil da haben wir was Cooles geplant. Ah, Basti, wie geht's? Wie steht's hier, mein bester Freund? Wie geht's mit meinem Freund? Und dann ist das noch Basti. TP. Ruffy. Zu. Und Ben. Ah, und Ben ist gar nicht hier. Doch ist hier. Oh, Basti auch da. Boah, Basti, ich würde dir gern... Eisenachs. Hau raus, Leo, meine Freundin Sonne. Okay. Ich werde dann ready zum Fighten. Ich kämpfe so. Ohne Schuhe. Schuhe brauche ich nicht. Grimuru, kommst du zu uns? Wer von uns kämpft alles mit dir? Was für Fanboy. Ach ja. Das eine, das eine fiese Frechheit. Ich glaube, am Ende kämpfe ich allein gegen ihn. Aber wer macht denn Arzt hier noch mit? Grimuru, komm zu uns. Kannst du uns TP? Gerne, tippet euch zu mir, wenn ihr wollt. Kannst du nicht dafür entscheiden? Funktioniert nicht. Da funktioniert schon, Leo, meine Freundin Sonne. Ai, ai, ai. Okay, warte, lasst aber kurz uns alle erstmal hier sammeln, okay? Bis alle hier sind, die mitmachen wollen. Das fällt. Das fällt sieht cool aus, Fabio. Wir sind schon mal zu zweit. Ich habe gar kein Schild, merke ich gerade. Ich glaube, wir werden zu zweit kämpfen, oder? Nochmal TP. Können wir gerne machen. Ja, warum habe ich den groß geschrieben, TP? Ja. Okay. Digga, es lag einfach hier. Können wir uns kurz aufteilen auf den Seiten? Wieso wollte ich gebahnt? Weil ich Fanboy hasse. Du wolltest nicht gebahnt. Komm mal zu mir, alle, die hier bei mir sind. Der liebe... Ah, ne, Klaus nicht. Oha. Oha. Kommt mal zu mir hier. Fabio. Mein Freund zur Sonne. Oha. Kann ich den Band weg? Gerne doch. Ich muss ja die Rimo kurz machen. Schlingt wie viel. Du enthältst dich, oder? Du machst nicht mit. Bin ich da richtig? Das klingt wie viel. Danke. Jetzt du das. Nevermore. Nevermore, ich habe gehört, du helst uns, oder? Warte. Bevor wir fighten. Ich muss erst mal wissen, wer alles mitkämpft. Hat er mich gehört? Nur zuerst. Na, guck mal, ob du die Ausrüstung hast. Wir haben. Guck mal, die Ausrüstung, Grimuru. Guck mich mal an. Guck mal, die Rüstung. Nevermore ist auch dabei. Ja. Willi schaut zu. Na, eine Person mit. Das ist ja sonst nicht fair. Guck dir mal eine. Okay, die kommt nicht gegen euch zwei. Das ist doch nicht fair. Darf ich noch einen dabei haben? Nur einen. Ja. Okay, wir sind zu dritt. Fabio kann mitmachen. Fabio hat ja nicht mal Loot gerade. Hi. Wir müssen es schaffen. Fabio hat eine Waffe. Jacko Cat. Abend. Willkommen zu ihm. Wie geht es dir? Schließt der Jacko Cat, mein Freund der Sonne. Freut mich natürlich sehr, dass du englisch herst. Okay. Dann fighten. Guck mal, wir sind hier einfach Leute ohne Rüstung hier. Ey, wir sind aber schnell tot. Lass uns dann fighten. Seid ihr ready zum fighten? Alle gegen Niklas. Ja. Okay, dann haben wir Niklas. Der Remo hat zu viel Angst. Gerne. Okay. Seid ihr ready? Machst du es an oder so? Ja, ich muss es glaube ich auch machen, oder? Ich mache es an. Keine Sorge. Oh, der Piffel. Muss ich dafür den Server neu starten, oder geht das einfach so jetzt? Na, ich muss den Server neu starten. Ich starte kurz den Server neu. Kein Problem. Neu Start. Ihr fliegt kurz raus. Keine Sorge. Server wird kurz neu gestartet. Willkommen back, Diego. Freut mich, dass ihr da seid. Und Jacko Cat. Wie geht es? Wie steht es dir? Marys der Freund der Sonne. Der Server wird sofort neu gestartet. Keine Sorge. Der startet gerade wieder. Der ist noch kurz in seiner Startphase. Okay. Keine Sorge, Ben. Wie gesagt, der startet sofort. Wir mussten nur kurz PvP er machen. Und freut mich sehr, Diego. Mein Freund, wie er da ist. Danach können wir gerne mal gucken hier. Danach würde ich euch gerne mal einen Server kurz vorstellen, wenn es okay ist auch. Heilige Kacke. Mann, wie lange braucht der Server zum Starten? Allein das ist schon schlimm. Einfach Jahre vergehen. Er startet. Er startet immer noch. Der lädt noch gerade kurz. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er gleich startet. Muss ich zugeben. Und die Jahre vergehen. Und der Server hat immer noch nicht gestartet. Haut mal gerne raus. Was habt ihr heute eigentlich so cooles gemacht? Heute ist ja schon wieder Dienstag. Oh, 10.000 Jahre später. Bin hier gebannt. Die haben Angst hier. Der Server ist wieder on. Hä? Ich habe es angemacht. Ich habe es gespeichert. Ja, PvP ist an. Das Geist ist krank. Das Geist ist krank. Warte, lass mich kurz gucken. Ist eigentlich an. Option. Hier steht das an. Ah, ist an. Boah, der hat einfach gebraucht. Ja, ja. Oha, ich war noch nicht ready. Warum Whitelist? Ich habe keine Whitelist. Noah, mein Freund, seine. Vielleicht dauert das kurz. Ich habe keine gut gemacht. Was hast du wieder? Ich habe PvP angemacht. Alle gegen Niklas. Einfach Server-Shits ab. Dario, ab. Willkommen, stream Dario. Wie geht es für Schlesien mit meinem Freund, seine Dario? Und Rimuru. Gerne auch gegen Rimuru. Okay. Wir müssen alle da unten die zwei bekämpfen. Die mitmachen wollen beim PvP. Basti, du machst mit, mein Freund, seine. Ich will in Bann nicht gleich gerne sofort Dario. Okay, los geht es. Wir fighten. Die kommen, die fighten sich. Komm, das ist die Chance, Leute. Das ist die Chance. Drauf hauen. Die hauen sich tot. Die hauen sich tot. Nein, ich bin fast tot. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Boah, Basti hat ihn eingetötet. Stark. Nein. Essen habe ich was. Oh. Ah, ich habe verloren. Warum hat Niklas nicht schon da mit. Wegen, glaube ich, Rimuru. Mach auch mit. Das freu mich dazu in Dario. Wie alt bist du? Lass mich ja an. Genau richtig, Diagonal von Sonne. Socke, aber meine Freunde, Sonne. Wie geht es für Schlesien? Der alte leider nichts, Dario. Der IP steht da oben. Wie geht es für Schlesien? P und Julian FN. Willkommen euch bei. Nach dem Stream. Fohm ist, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht es für Schlesien euch? Fohm ist, dass ihr da seid. Ähm, wäre es... Wollte ich halt nur kurz eine Frage für euch. An alle, die jetzt gemeint sind. Könnt ihr gerne bitte Minecraft anbauten, wenn ihr wollt. Wäre es okay, wenn ich euch kurz was zeigen könnte. Bei einem anderen Server. Weil ich halt mal vor, was es gab, was zu bauen. Äh, dass ich den kurz starte und euch das kurz zeige. Oder wollt ihr gerade hier kurz ein bisschen spielen? Weil ich würde euch gerne was auf einem anderen Server kurz zeigen. Weil es okay ist natürlich nur. Sonst zeige ich euch das gerne auch gerne später. Ich würde euch gerne den anderen Server kurz starten. Weil wir haben vor, so einen richtig coolen zu bauen. Ey, vorher kommt morgen wieder. Ey, ihr habt totgehauen. Einfach überhaupt nicht tot. Wäre es für euch okay? Ich nerv's hart, dass ich kein Kabel bin. Wie das denn? Sorge, meine Freunde, Sonne. Aber vorher kommt morgen wieder P. Keine Sorge. Wollt mal ein bisschen Abwechslung. Was sagt ihr dazu? Wäre es okay für euch? Auch einen lieben... Äh... Billy Batscher? Wäre es für dich kurz okay? Ah, der lieb von dir. Und an den Basti und die lieben Dario. Wäre es für euch okay? Warum haut ihr euch denn tot? Ich glaube, ich muss das eh ausmachen gleich. Pvp ist nicht gut. Ihr haut euch alle tot. Ich werde auch totgehauen nur. Soll ich das wieder ausmachen? Ich mache kurz aus Pvp. Ja, lass mal kurz Server ausschalten. Ich mache ihn sofort wieder an. Ich stoppe kurz den Server. Weil es macht ja nicht so viel Sinn, wenn wir uns alle da tot hauen. Und starte kurz einen anderen Server. Ich würde euch ganz kurz gerne was zeigen. Ich habe nicht was gehört. Ja, das war echt gut gemacht. Diamond Rüstung ist schlecht. Easy Winnickel. Ach, komm. Bitte nicht. Ich zeige euch nur kurz den Server, wenn es okay ist. Ich mache es sofort wieder an. Versprochen. Ich wollte euch nur kurz was zeigen, wenn es okay ist. Bitte. Ehrlich. Ich hoffe, es ist echt okay für euch, meine Freunde. Ich würde mich da echt über eure Meinung kurz freuen. Können wir gerne schauen, Dario. Bisschen mal privat reden. Mal schauen. Easy Winnickel. GG. Das ist die von dir, Diego. Danke, natürlich. Ich bin vollzuhl. Ich würde euch echt gerne kurz was zeigen auf einem Server. Und danach starte ich den anderen sofort wieder. Versprochen. Deine Nachricht gerne, Leo. Ihr habt vorhin drei Skins. Stark, Leo. Welche hast du noch nicht fragen darf? Ach, das ist natürlich doof, Socke. Das tut mir auch echt leid. Zuhören mit Krankenhaus. Gerne doch. Äh, wiederholen? Gerne. Ich würde euch nur eben kurz gerne was zeigen auf einer Welt. Und danach starte ich sofort den Server wieder. Als Entschädigung. Na, das ist ein bisschen zu viel als Entschädigung. Tut mir leid. Ihr habt gar keine Chance gegen uns. Doch, da war voll gut Chance. Wir haben noch eins von zwei geholt. Das ist 50%. Für und, äh, das ist auf einer Zeit. Können wir schauen. Ich habe keine P. Hast du eine, wer ich fragen darf? Nein. Doch, war schon knapp. Hast du meinen Fernseher gesehen? Hab vergessen, es zu ihm zu filmen. Dein Fernseher? Warte, was? Wie hast du denn den Fernseher gefüttert? Wie füttert man denn den Fernseher? Ich gehe echt, Wlad? Ich wollte dir kurz was zeigen, Wlad. Wäre cool, wenn du es auch bewerten könntest. Aber danach kannst du gerne gehen, wenn du möchtest. Aber er würde mich freuen. Aber wenn du nicht möchtest, ist das natürlich nicht schlimm. Hast du einen Bettelpass gekauft? Stark. Aber freut mich natürlich zu hören, Leo, meine Freundesonne. Hast du mir echt leid bei dir zu hören, Socke? Okay. Das wäre lieb von euch, auf jeden Fall. Weil ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt, zum Beispiel. Also nicht nur ich, sondern viele Leute. Ey, ich muss doch bitte nicht wieder das machen. Ach, Digga. Mein Gott, ich kriege da Kötz. Ach, komm. Mann. Sorry, muss mir. Kein Problem, P. Silver starten. Kann man die nicht gleichzeitig stürten? Ja, warte, 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 warte. Lass mich kurz gucken. Ich gehe B hinter dir. Nein, ich habe Aufsehen. Oh, ich habe Pause gemacht. Okay, ich zeige sofort. Wartet einen Moment. Ich muss kurz. Ich habe Aufsehen was anders geöffnet gerade. Bin sofort wieder da. Warte, ich muss kurz. Ja, ich gehe auch hier kaputt. Mein Mycrif ist abgestürzt. Nein. Mycrif. Warte, ich wollte euch unbedingt was zeigen. Aber jetzt mein Ziv. Echt, das ist natürlich unlucky, muss man sagen. Warte, ich starte sofort Mycrif. Einen Moment. Ich bin sofort wieder back. Ich zeige sofort all den. Die habt einen schönen A noch, P. Kein Problem. Silver mache ich danach gerne sofort on. Ich muss nur kurz Mycrif starten. Ich habe DC bestimmt gerne später. Ich muss nur kurz starten, bitte. Wartet, wartet. Ich starte sofort. Bei mir ist abgestürzt. Mycrif, lade. Mann. Jetzt wollte ich unbedingt euch was zeigen und dann stürze ab. Warning. Mycrif abgestürzt. Bla, bla, bla. Ich möchte kein Feedback schicken. Nein, die Switch. Echt? Achso, wie meinst du mit Switch? Okay, ich zeige sofort. Warte, einen Moment. Falscher Server. Hä, wo war der Server? Ich kriege den Server gar nicht hin. Wo ist der Server? Cool. Man sieht mich wie easy. Hast du aber gewonnen, muss man das sagen. Wo ist der Server? Ich finde den Server nicht. Ich bin geistkrank jetzt gerade. Bitte nicht jetzt. Alex, ab und willkommen natürlich im Stream. Wie geht's, wie Schätzchen von der Sonne? Vor allem, dass du eingeschaltet hast. Ist on. Ich finde den aber nicht. Wie war die IP nochmal? Scheiße. Bin drauf. Ich finde den Server nicht. Nein. Ich finde den nicht mehr. Inga, ab und willkommen auch dir im Stream. Wie geht's, wie schätze Inga, meine Freundin der Sonne? Vor allem, dass du eingeschaltet hast. Ich finde den nicht. Ich finde den ehrlich gerade nicht. War das die IP? Warum kriege ich den Server gerade nicht hin? Nein. Wie geht's, wie steht's? Inga und Alex, meine Freundin. Willkommen natürlich für den Kanal. Wie geht's sonst so? War mir super. Bis auf, dass ich den Server gerade nicht finde. Hä, das ist doch die IP. Warum steht da falsche IP? Das ist doch Server-richtige IP. Warum findet er keinen Server mehr? Nein. Habe ich irgendwas falsch geschrieben bei der IP? Hä? Das ist doch genau die gleiche IP. Ich habe da nichts geändert. Außer, dass man wie immer. Ach man. Hä? Die finde ich nicht mehr. Ich finde die IP, die ganze IP. Kann mir ja mal nochmal die IP schicken auf Discord. Eine Freundin habe ich. Will. Ich will gerne, doch warum nicht. Warum finde ich die IP nicht? Echt nicht Inga, schade. Darf mir zu lange nicht gehen. Es tut mir so leid, Wlad. Das dauert echt zu lange. Kein Problem. Ich kann es natürlich verstehen. Raoul Abend. Willkommen auch dir im Zoom. Wie geht's, wie steht er? Ich finde die IP gar nicht. Der Server wird die ganze Zeit falsch gesagt. Ah, ich hatte ein. Ich habe ihn eh vergessen. Ich habe ihn eh vergessen. Ich habe wirklich ihn eh vergessen am Ende. Ich habe... Es tut mir so leid. Ich habe so... Bin drin. Ich habe ihn eh vergessen. Hier ist der Server. Wie sagt... Was sagt er dazu? Man spawnt hier so. Ist noch auf dem Bau. Hast du vergessen? Natürlich nicht, Raoul. Wie geht's, wie steht's da? Von meiner Klassefahrt ist der Junge. Echt? Warum das denn? Dort, Diego, was passiert. Raoul, mein bester Freund, Sonne. Die Lila hat ein Bild von mir. Eins. Ja. Gial, die mein Freund zur Sonne. Was sagt ihr zum Spawn bis jetzt so? Haut gerne mal eure Meinung raus. Ich wollte gerne mal so einen Server irgendwann mit euch machen. Was sagt er dazu? Ich kann gerne eure Meinung dazu sagen. Das Schwert. Das ist ein Schwert. Cool. Das freut mich zu. Weil ich wollte mit euch so einen Skywalk-Server machen. Wo ich dann so 40, 50 Euro mal ausgebe. Dass ihr dann ohne Lack spielen könnt. Und dann habe ich ab und zu hier privat gebaut. Ein bisschen mit dem lieben Basti. Der hat auch immer mitgebaut. Und ein paar Leute. Und da wollte ich euch das schon mal zeigen. Das wird aber leider ein Java-Server sein nur. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal irgendwann Lust habt. Hier kann man so einen Jump'n'Run machen. Was sagt er dazu? Ihr könnt gerne eure Ideen schreiben dazu zum Server. Haut gerne raus. Äh, äh, Vlad. Ich kann meinen alten Lärm. Würde mich freuen, Vlad. Ihr könnt gerne Ideen rausschreiben. Hast du dumm's? Du schaffst das. Das lief von dir, Kati. Sehr lieb. Danke natürlich, mein Franz. Und Billy Batsche. Was sagst du dazu? Da fliegen in ein Haus mit Ballons. Boah, ist geil. Schaffst du das? Das lief von dir, Kati. Danke natürlich, mein Franz. Aber wie geht's dir, Kati? Keiner fliegt. Echt? Kann ich gerne mal machen. Bestimmt privat, Karl. Erstmal. Das sieht ja cool aus. Können wir es dann ein bisschen weiter oben so bauen? Vielleicht das so ein Fliege da. Ah, sehr cool. Ah, das heißt ja. Ich dachte, das wird erst mal so ein... So ein Dingshaus. Was ist das für ein Server? Ben! Ich wollte für euch später mal... Begit ist auch ganz gut. Danke, Nachfrage, Kati. Ich wollte für euch so ein Skywars-Server bauen. Also, wo man Skywars spielen kann und so. So richtig coole Sachen. Was ist das für euch? Was machst du da, mein Freund der Sonne? Egal. Das ist einfach kaputt gemacht. Was ist das IP? Die kommt gern später raus, wenn der Server draußen ist. Ich will jetzt die Dummenspizza auf meiner Adresse. Das kostet jetzt einen Server-Liefer. Echt? Ui. Kannst du morgen das Ding bitte machen? Gerne, Kai. Morgen kommt wieder Fortnite. Ich werde eh mal gebannt. Nein, du wirst hier nicht gebannt, Ben, mein Freund der Sonne. Hier wird nichts ausgenutzt. Hier wird alles professionell gemacht. Ähm, Magegate. Fortnite kommt morgen wieder, mein Freund der Sonne. Morgen versprochen. Aber was sagt ihr, kann man gerne hier verbessern? Haut gerne noch eure Tipps raus. Und wir können gerne sofort gleich den anderen Ziffern starten. Ich finde das eigentlich ganz cool hier, muss ich zugeben. Was sagt ihr dazu? Vlad, ich wünsche euch einen schönen Abend. Aber danke für deine Bewertung. War sehr lieb von dir, dass du noch kurz geblieben bist. Schade. Aber morgen gerne wieder. Kein Problem. Morgen machen wir gerne wieder Fortnite. Geht kreativ. Nein, ist mir noch nicht so. Was sagt ihr dazu? Kannst du mir noch ein Funktionen machen? Ey, müsste ich mal schauen, Karl. Ich habe einen Bautipp. Hau raus, Leo, meine Freundin in Sonne. Bautipps immer gerne doch. Trabag, Eiffel, Tim, Super, Karl. Ja, wir können gerne mal schauen hier. Aber Remo, er kann nichts aus. Na. Hier wird ja keiner gebannt, deswegen, Ben. Hier wird alles professionell gemacht, Ben. Keine Sorge. Hier wird keiner für sowas gebannt. Wo bestelle ich meine Pizza oder ziehe ich meine Toast? Boah, Toast hört sich geil an, Billy. Aber hau mal raus, Billy. Was sagst du zum Spawn? Zur Idee? Mario? Wie Mario? Robino, Watchtime. Hat, glaube ich, nicht mitgenommen, oder? Das hier von dir, Karl. Dank natürlich mal von der Sonne. Was sagt ihr dazu? Wo ist das? Könnt gern sagen. Mario? Super Mario. Was ist der P-Community? Ey, Niklas war einmal drauf, um ein bisschen so Sachen auszutesten. Okay, man muss schreiben, damit das zählt. Echt, das ist doof. Mario bauen. Wir könnten so ein Super Mario bauen. Könnt ihr mal gern ein bisschen machen. Bitte, mein Freund, Sonne. Asti von der Karl, danke. Ich finde ein bisschen zu eintönig, kreative Frau. Ähm, was würdest du denn hier ändern? Kannst du gern mal Tipps sagen, wenn du möchtest, Billy? Also, Tipps immer gerne doch. Warum nicht? Das, wie gesagt, noch Eis an Bauen, Dekorationen und so, kann man immer gern später bauen. So sieht das halt von unten aus. Muss ich zugeben. Sieht nice aus. Das freu mich zu hören, Ali. Aber Tipps immer gerne doch. Man würde halt hier spawnen und dann hier kann man so rumlaufen. Das würden wir gern später umbauen, noch ein bisschen. Kein Problem, mein Freund. Viel zu sehen ist ja nicht schlimm. Ja, wird so ein Typ, der sei an Baukamp. Ist doch nicht schön. Ihr könnt ja gern trotzdem so bewerten. Wie viel gefällt euch das? Also, wenn wollt, ihr könnt auch gern helfen, wenn ihr mal Lust habt. Wenn ihr wirklich ein bisschen Bautim helfen wollt. Warum denn nicht? Weil ich kann nicht mal Jump'n'Run. Dokument P-Shift zu bauen. Echt, boah, ist ja auch eine geile Idee. Könnte man alles gern schauen, Daria. Kannst ja weiter, weil das Server gestartet werden. Schreibt mir sofort, Ben. Aber Ben, hau mal raus. Wie hältst du die Idee von einem Kreativ-Server? Äh, von einem Sky-Wars-Server und so, wo man Sky-Wars spielen kann. Hau raus, Ben, mein Freund der Sonne. Einen Server, wo ein bisschen Geld investiert wird. Äh, Rockmaster. Zu Zeit hier noch nicht, leider. Aber später gern, wenn er fertig ist. Aber wir machen gleich den Survival-Server. Da kannst du gern joinen. Da steht die IP oben. Okay, ich hoffe. Am Anfang noch nicht. Aber wir können gern mal privat drehen. Da könnt ihr gern bestimmt auch helfen. Gerne können wir gern schauen, Ali. Hilfe nehmen wir eigentlich immer gern an hier. Nice. Wie gesagt, wenn ihr helfen wollt beim Bauen, könnt ihr gern mal off-stream gern helfen, wenn ihr wollt. Nikolaus, der Schmale. Äh, nicht hauen. Ist nicht schlimm, der Rockmaster. Aber wie geht's, wie steht's, der Rockmaster? Vor allem ist er, dass er eingestellt hat. Wie sagt, wenn er nicht vor allem... Na, wir können's gern... Er wird aber nicht gebannt. Man muss ja nicht... Du musst ja nicht mit Rock... Wir müssen ja nicht untereinander reden. Kein Problem, Rockmaster. Vor allem ist er aber, wie er da ist. Hättet ihr Lust wieder auf den alten Server? Also soll ich den alten Server starten oder sollt ihr noch kurz hier was durchzeigen? Aber ich würd's nur sagen, der Server sieht cool aus. Und guck mal, man hat hier so einen schönen Blick. Aber ich danke natürlich für die Bewertung. Der Server wird halt demnächst einmal geöffnet da. So wird halt die Türme aussehen. Ich hoffe... Könnt euch gern sagen, wie euch die so gefallen. Würde ein neuen fühlen. Echt? Was hab ich noch? Warte, Leo. Hau raus, Leo, meine Freundin in der Sonne. Machst du Broadcast-Views? Äh, leider nicht, aber ich spiel Broadcast ab und zu auf-Stream-Carty. Wenn du mal... Wenn du Lust hast, privat zu zocken, gerne. Kein RZ-Server. Gerne, wir schlagen sofort. Doch, Barsch. Na, ist ja nicht schlimm. Cooler Server kann... Ich hab halt... Das lief von der Finlay. Okay, wir werden rausgehen. Ich glaub, ihr wollt den... Äh, neuen Server jetzt, oder? Dann starte ich den gern mal kurz. Ich starte sofort den Server. Keine Sorge, meine Freundin in der Sonne. Der wird sofort gestartet. Eine Mom... Unomomento. Der lädt gerade noch kurz. Dann starte ich ihn sofort. Man muss halt dafür auch Werbung leider gucken. Das ist halt das Problem bei Gratis-Servern. Muss man zugeben, leider. Ich würde es noch zeigen. Das lief von dir. Ein Fortnite-Skin-Bron. Echt? Diego? Kann man gern auch mal schauen. Warum nicht? Kann man gern alles mal reinschauen. Eie, falsche Nachrichten. Okay, Server-Lead-Guard, der Survival-Server. Der dürfte gleich starten dann. Der ist nur kurz am Laden. Keine Sorge da. Er hat mal eine IP gesehen. Echt? Das ist nicht schlimm. Ihr seid nicht schlimm. Der wird aus Backhater gemacht. Der Basti, den vertraue ich da. Das erinnert gar nicht an. Wir starten sofort den alten Guard. Wer ich selber startet, geht. Keine Sorge. Können wir gern dabei treten dann wieder. Geht mal raus. Wie findet ihr den Servers? Wie findet ihr die? Gerne, Leo. Du könntest auch helfen, wenn du möchtest. Der alte jetzt. Morgen 18 Uhr wieder. Morgen gerne. 6 von 10. Das lief von dir. Aber danke. Er könnte auch gerne entscheiden, was ihr verbessern würdet. Ja, wir brauchen leider keinen Zugzug. Das lief von dir. 10 von 10. Super. Danke, Niklas. Aber Honkbin, wette. Also wie gesagt, Rimo, der kann ja gerne auf dem Server spielen. Honkbin ist... Ich hab ja nichts gegen Honkbin. Das lief von dir, Diego. Danke. Ich schaue, ob ich tun kann. Gerne. Der dürfte gleich starten. Krieg Polizei sein. Wie meinst du dafür, Polizei? Also natürlich doof. Nein. Wah. Alter, halt. Auf der erste. Ah, wie? Polizeirolle. Ich weiß nicht. Ich glaub, braucht man gar nicht so eine Polizeirolle, oder? Der Server dürfte wieder on sein. Oh, bin tot. Das ist mein Haus. Ich wurde einfach tot gehauen. Ich werde eine Polizei bauen. Könnt ihr gerne machen hier. Könnt ihr gerne machen. Mal eine Frage von euch. Hätten welche Leute von euch Lust hier, die gerade im Stream sind, uns bei dem Server zu bauen? Aber, Ben, wir können da gerne später privat reden. Ich würde gerne auch wissen, was da vorgefallen ist, wenn es okay ist. Ui. Ich möchte nicht den Fall zerstören. Aber hätte einer von euch Lust, beim Serverbau mitzuhelfen? Bin auf K. Ja, okay. Könnt ihr gerne mich über Discord anschreiben, wenn einer helfen möchte, natürlich. Aber können wir gerne mal privat beschränken. Stream bitte nicht so. Kannst gerne nachher callen. Kann ich gerne schauen, der Klasse, mein Freund. Sondern ich, der Ali, möchte helfen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich gleich nach dem Streamen auf Discord anschreibt. Gehe ich heute ein bisschen früher auf mitzuhelfen, streamen. Vielleicht möchtest du auch los, ein bisschen mitbrauchen. Dann kannst du auch gerne Redstone. Redstone-Hilfe würde ich auch gerne annehmen. Geht auch Bedrock. Leider nicht Fortnite-Finn. Aber wir machen dem nächsten Stream auch mal einen Bedrock-Server, wenn du Lust hast. Wie geht es, wie steht es für Fortnite-Finn? Freut mich natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast. Willkommen im Streaming auf meinem Kanal. Wie geht es, wie steht es für Fortnite-Finn? Oh. Ich verstecke mich hier. Sehr lieb von dir. Das höre ich toll. Brauchst du nicht, Diego. Lieb von dir, aber nein, bitte nicht. Brauchst du nicht zu viel. Brauchst du natürlich nicht. Aber wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr da Lust habt. Muss ich zugeben. Kann ich ja gleich machen, Ben. Ich bleib bei Fortnite eh nicht mehr Sorgen. Oh. Stark. Welche Version? Äh, das ist die 20.1.4. Mein Aktiv-Freundin. Sia hat Abend, mein aktiver Freund zur Sonne. Wie geht es, wie steht es für mich, dass du eingeschaltet hast? Silverlink. Äh, ist oben angepinnt. Ich muss los, sorry. Kein Problem, Friedrich. Dir noch einen schönen Abend Schlafgut. Aber sehr gut, dass du heute da warst, mein Freund zur Sonne. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Das hier von dir. Danke natürlich, mein Freund, seine Friedert hier. Können wir gerne schauen, darf ich? Ich muss erstmal meinen Server bauen. Vielleicht kann man später sowas machen. Aber bitte, Herr Hunkbein, nicht so beleidigend Twitter im Chat schreiben, im YouTube-Chat. Man kann gerne sowas privat besprechen. Was ist der Teile? Nico, hau raus. Muss auf. Schade, Diego. Schlaf gut, mein Freund zur Sonne. Ich habe noch kein Dach. Ah, wir laden noch nicht. Zu teuer. Dach zu teuer. Das Dach ist viel zu teuer. Ach, schlaf gut, Diego, mein Freund zur Sonne. Hab mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Nicht traurig sein, Leo, meine Freundin der Sonne. Was hast du denn so? Ich habe noch gar nicht gegessen. Mein Es ist immer noch vor mir, muss ich zugeben. Gerne, Diego. Können wir gerne schauen, wenn ich morgen Zeit habe. Warum nicht? Kann ja Remro kurz machen, wenn es okay ist. Was hast du denn hier, meine Freundin der Sonne? Willkommen zurück, Lars. Freut mich, dass du hier da bist. Jo, was geht? Luigi, Abend. Nicht viel bei dir. Wie geht's? Wie steht's denn, Luigi, mein Freund zur Sonne? Mein Freund zur Sonne. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen durch die im Stream. Warum, Leo, meine Freundin der Sonne? Warum ist es denn nicht gut? Ich glaube, wir haben heute alles leider sogar schon gemacht. Wäre es für euch okay, wenn ich heute ein bisschen früher aufgehe, danach gerne noch die Besprechung mache, wenn einer mit helfen möchte, wieder ein bisschen am Server bauen. Weil ich würde ehrlich, glaube ich, sagen, so ein Minecraft-Server wird mehr bocken als so einer wie hier jetzt. Natürlich, sowas sind ab und zu auch cool. Aber sowas müssen wir leider ein bisschen mehr planen. Schlimmer Tag vielleicht. Warum? Wenn ich fragen darf, will ich meinen Freund zur Sonne? Hau raus. Ist nicht schlimm, Leo. Was gibt's denn? Aber wie gesagt, alle, ich bin gleich auf dem Discord. Wenn ihr Lust hättet, könnt ihr gerne dem Discord beitreten. Würde mich freuen. Blöde, meine Freundin, dann kannst du auch gerne dem Discord beitreten. Aber können wir gerne schauen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Ich glaube, ich würde echt den Stream beenden. Warte, ich schicke euch gerne nochmal den DC bei. Weil ich würde dann gerne ein bisschen an den White-Server weiterbauen. Weil ich glaube, ich hätte richtig Bock, auf den anderen Server zu spielen. Weil ich muss sagen, ich glaube, der würde viel mehr bocken, muss man zugeben. Warte, ich schicke euch gerne noch kurz eine Einladung im Chat. Wenn ihr Lust natürlich habt, mitzumachen. Wenn nicht, hoffe ich, dass man sich morgen wieder sieht. K3, hast du Java heruntergeladen? Auf PC, wer ich fragen darf? Oder worüber? Hau gerne raus. Wie war Arbeit? Bei mir war ganz gut, Kurutu. Folgt mich selbst hören. Wie war bei euch der Tag? Hab mir mit den Finger aufge... Uh, du hast mir leid zu hören. Wenn ich in Band werde, gerne. Warum bist du denn gebannt, Billy? Ah, stimmt. Ich rufe dich privat an, Switch. Ah, Switch geht leider nicht, K3. Ich würde gerne demnächst an Server machen, wo auch für Switch geht. Aber leider ging dieser jetzt noch nicht. Aber ich helfe dir gerne beim nächsten Mal. Wenn nächstes Mal einer ist, dann werde ich dir gerne mal anschreiben. Und dann sage ich dir genau, wann es einer ist. Allein geht der noch nicht so. Aber ich helfe dir gerne beim nächsten Mal. Ach, tut mir leid. Aber ihm wäre ganz super. Ich würde leider nur den Streamfort beenden, K3. Ich hoffe, man sieht sich da morgen wieder. Mein Freund zur Sonne, den lieben Kurutu, auch da. Ich würde morgen wieder Fortnite Kasten-Game streamen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst doch gerne eine Bewertung da im Stream, falls es euch gefallen hat. Könnt gerne in den Disco beitreten. Ah, gerne, K3. Aber ich hoffe natürlich, morgen vielleicht ein bisschen Fortnite oder so. Schlaf gut. Das sage ich immer beim Snap. Das ist so gut, frage ich mich. Das ist so ein Smiley, muss ich sagen. Ach, schlaft man vor der Sonne. Bis zum nächsten Mal. Und danke natürlich, dass ihr wieder dabei seid.